Naja, dann führen wir mal zum eigentlichen Thema hin, warum ihr heute eigentlich da seid. Es geht ja um Bildbearbeitung. Der Thomas B. Jones war schon mal unser Stargast und jetzt haben wir das auf vier Serien aufgeteilt. Das ist auch sinnvoller, oder Jan? Ja, natürlich, damit man auch was mitbekommt. Wir haben heute einen sauberen Aufbau, hat er uns versprochen, sodass wir alles mitkriegen. Und wir haben auch schon Tests heute ausführlich durchgeführt, in der Stunde davor, dass jetzt die Bildschirmauflösung höher ist, sodass man auch die ganzen Schriften lesen kann. Also das müsste jetzt einwandfrei funktionieren. Und das Ganze gibt es ja danach auch noch auf YouTube. Da kann man es jederzeit wieder nachschauen. Und nicht zu vergessen, der Thomas selber hat noch eine große Schulungsreihe aufgenommen, die man für ein bisschen Geld kaufen kann. Und wie lange geht es dann? Das sind dann nochmal fünfeinhalb Stunden. Ja. Also, da. Und wie gesagt, wenn ihr zwischendrin Fragen habt, schreibt sie in den Chat rein. Und wir stellen die dann, oder der Michel stellt die dann auch immer zwischendurch an den Thomas, sodass er sich auf seinen Vortrag und die Schulung konzentrieren kann. Genau. Wenn die Fragen sehr komplex sind, dann schreibt es sich ja immer unheimlich schwer, dann kann man natürlich auch das Mikro zuschalten in einem passenden Moment. Ansonsten werden natürlich nach dem Vortrag alle Fragen aufhandelt. Also, am Ende vom Vortrag werden wir dann nochmal alle Fragen genau durchgehen. Und der Thomas will dann auch sicher das Capture dazu wieder einschalten. Ja, auf jeden Fall. Genau. Dann sagen wir, Thomas, deine Bühne. Glück uns mit vielen Neuheiten, die wir von Capture noch nicht kennen. Wunderbar. So machen wir das. Dann nochmal Hallo in die Runde und herzlichen Glückwunsch mal an den Leica Store. Entschuldigung, eine Sekunde noch. Damit man dein Bild auch groß sieht und das nicht verwandert und abwechselnd irgendwo hinspringt. Für alle Teilnehmer, die das sonst nicht kennen, wenn man mit der Maus zum Kopf beziehungsweise in das rechte obere Eck fährt vom Thomas, dann gibt es die Möglichkeit. Das hat sich schon erledigt, Michel. Der Thomas ist weiter. Es kann keiner mehr sein Bild klein machen. Gibt es noch eine gute Funktion extra. Jetzt dürfte ich immer in der Mitte bleiben als Stargast. Genau. Also, herzlichen Glückwunsch an den Leica Store. Danke, dass ich nochmal da sein darf. Das freut mich riesig. Es ist immer ein gutes Zeichen, wenn man nochmal eingeladen wird. Das ist, glaube ich, ein Qualitätsmerkmal, wenn man nochmal wiederkommen darf. Ich gehe Capture One heute wirklich Schritt für Schritt durch. Ich versuche, erstmal den Überblick zu schaffen über das Programm, was da eigentlich alles drin steckt, damit wir dann in den nächsten Abenden mehr ins Detail gehen können und die Einzelheiten dann zu einzelnen Werkzeugen und Funktionen und so weiter mal kennenlernen können. Ich habe, also wir haben das Auflösungsproblem erledigt. Man kann es jetzt besser lesen. Und ich habe gerade eben schon meine Redegeschwindigkeit ein bisschen reduziert, dass es dann auch in der akzeptablen Geschwindigkeit erklärt wird. Ansonsten bremst mich gerne ein, falls ich hier auf der Geschwindigkeitstaste ausrutschen sollte. So, dann gebe ich mal mein Capture One frei. Wo ist es? Hier ist es. Wunderbar. So, ich habe mal, damit wir uns in der Übersicht auch tatsächlich was anschauen können, mein Tutorial-Katalog einfach hergenommen, den ich für das Videotutorial aufgebaut habe, in dem ich eigentlich immer alles zeige. Also hier kann ich an allen Reglern drehen, ohne was kaputt zu machen. Das ist ganz gut. Also die Bilder habe ich woanders tatsächlich gesichert. Und wir können hier also in allem drehen und alles mal anschauen. Und ich habe jetzt mal alles auch auf Standard zurückgestellt tatsächlich, dass ein Capture One so aussieht, wenn ihr euch das installiert. Genau so kommt dann die Oberfläche hochgeploppt. Mit einer kleinen Änderung. Am Anfang kommt noch ein Begrüßungsbildschirm. Der kommt hier nicht mehr. Aber ansonsten sieht ein Capture One genau so aus. Es gibt bei Capture One verschiedene Versionen. Im Moment gibt es noch eine Capture One Express-Version. Die ist ein bisschen kleiner, die hat ein bisschen weniger Funktionen, kostet auch ein paar Euro weniger. Die sieht in der Standard-Oberfläche auch ein klein wenig anders aus. Die grundsätzliche Funktion ist aber dieselbe. Und ich sage mal, wenn ihr euch den ersten Teil hier angeschaut habt, könntet ihr ein Capture One Pro, das ist die große Version, die alle Funktionen enthält, so anpassen, dass er auch wie das Express aussieht. Und ihr auch Werkzeuge entfernt, die ihr nicht braucht. Also ich bin selbst auch so. Ich versuche, diese Benutzeroberfläche so einfach wie möglich zu halten, dass sie mich so gut wie möglich beim Arbeiten unterstützt, aber mir eben nichts im Weg ist, was mich nur stört tatsächlich. Muss ich mir mal kurz diese Zoom-Leiste hier aus dem Weg schieben, ansonsten sehe ich die die ganze Zeit. Und komme nicht an meinen Capture One ran. So, jetzt müsstet ihr Capture One auch wieder sehen. Okay, Capture One ist eine Bildbearbeitungssoftware primär und ist dann später auch zu einer Bildverwaltung geworden. Capture One kommt aus dem Mittelformat-Bereich, nenne ich es mal, also aus dem Profi-Foto-Bereich hauptsächlich, wo sehr viel in Jobs gedacht wurde. Das heißt, man fotografiert einen Job, man stellt sich also hin mit seiner Kamera und man hat Models oder Produkte oder was auch immer vor sich. Man richtet sich seine Arbeitsumgebung ein und man hat einen Job, den man hier erledigen will. Man produziert eine Anzahl x an Bildern, die landet in dem Programm und dann macht man die fertig und dann wirft man das komplette Ding eigentlich weg oder archiviert es und dann war es das auch. Die Verwaltung von einer großen Bild-Datenbank, wo ich x-tausende Bilder irgendwie verwalte, kam tatsächlich erst später zu Capture One hinzu. Ich glaube aber, dass die Bild-Datenbank, so was wie Lightrooms es ja auch ist, also auch die Kombination aus Bild-Datenbank und Bildbearbeitung oder Bildverwaltung, dass das tatsächlich der heutige eher der Anwendungsfall ist, den man mit Capture One zum Beispiel hat. Deswegen fange ich auch bewusst mit einer Bild-Datenbank an, mit dem Bild-Katalog und nicht mit den sogenannten Sessions. Zu denen kommen wir später noch, was die denn genau sind, wo Capture One herkommt, aber dazu wollen wir erst mal die Oberfläche an sich kennenlernen. Ich mache mal einen groben Rundgang durch Capture One, damit wir alle Bereiche mal gesehen haben. Capture One, wenn man es am Standort normal aufruft, hat man natürlich keine Bilder drin. Ich habe jetzt schon ein paar Bilder drin, damit man ein bisschen was sehen kann, aber ansonsten sieht die Oberfläche genauso aus. Der ist deutlich anders als Lightroom. Ich finde es aber tatsächlich, wenn man sich mal daran gewöhnt hat, dass er so viele kleine Knöpfe überall hat, am Ende tatsächlich übersichtlicher. Vor allem ist er sehr, sehr anpassungsfähig an die eigenen Bedürfnisse. Capture One hat hier oben eine große Symbolleiste, die einmal quer über den Bildschirm rübergeht, wo die wichtigsten Funktionen und auch Werkzeuge, die man so braucht, zu finden sind, die auch immer dort oben bleiben. Also diese Symbolleiste wird man immer sehen in Capture One. Die kriegt man eigentlich auch fast gar nicht los. Und wir fangen hier auch an mit den einzelnen Arbeitsschritten, die mit das Wichtigste bei so einer Bildbearbeitung oder Bildverwaltung darstellen. Nicht der Import und der Export der Bilder. Ohne den ist alles andere langweilig, wenn ich keine Bilder reinbekomme. Und wenn ich sie nicht rausbekomme, bringt das alles auch nichts. Ich kann also hier diesen Import-Dialog aufrufen und zum Beispiel von einer SD-Karte oder direkt von der Kamera oder auch von einer anderen Festplatte zum Beispiel meine Bilder in Capture One importieren. Wie genau der Bildschirm oder der Import-Dialog funktioniert, da kommen wir auch noch hinzu. Aber den finden wir hier oben. Genauso finden wir hier den Export. Also ich kann hier die Bilder auch raus exportieren. Ich habe auch hier die Aufnahme. Capture One kommt, wie gesagt, aus dem Bereich, wo die Kamera getethered sind. Das heißt, mit dem Kabel, mit dem Rechner verbunden. Und ich kann dann, entweder ich fotografiere als Fotograf und da der Digitalassistentin überprüft die Sachen an einem eigenen Bildschirm. Was ich da so treibe, gibt mir vielleicht den Hinweis, hey, scharf stellen wäre eine Idee oder guckt, ob die Farben alle passen. Also Dinge, auf die ich jetzt beim Fotografieren nicht so ganz achten kann in dem Moment. Ich kann aber auch selbst die Kamera aufbauen und von Capture One aus fotografieren. Und wenn ich hier auf die Taste drücke, dann löst die Kamera, wenn sie das unterstützt, dann auch tatsächlich aus. Ich habe mir eben mal nachgeschaut bei Capture One. Die Leica SL2 und die S3, wenn ich es jetzt gerade noch richtig im Kopf habe. Was ist die S3? Ja, die S3. Die unterstützen auch dieses kabelgebundene Tethering mit Capture One. Die können jetzt direkt angeschlossen werden. Dann kann ich von Capture One aus die Kamera steuern. Welche Funktionen genau meine Kameras steuern kann, weiß ich nicht. Da fehlen mir die Kameras dazu. Auslösen geht auf jeden Fall. Das können Sie alle. Man kann ja von hier aus direkt auslösen. Dann findet man so ein paar Standardsachen, die wir aus Office und Word kennen, also rückgängig und wiederholen, wenn ich einzelne Bearbeitungsstücke zurück oder vor möchte. Ich kann hier meine Bilder zurücksetzen. Das heißt, wenn ich jetzt mal so ein Bild hier schnappe, was schon bearbeitet war, und hier eins zum Beispiel. Ich mache mir hiervon mal eine Variante eben, dass man das auch mal sehen kann. Hier habe ich also schon was bearbeitet im Bild. Dann kann ich das zurücksetzen und dann lande ich wieder bei dem Bild, wo ich ursprünglich bin. Das ist auch der große Trick an Capture One, Lightroom und sonstigen Bildbearbeitungsprogramm, dass die nicht destruktiv arbeiten. Das heißt, im Gegensatz zu einem Photoshop, wo ich ja die tatsächliche Bilddatei oder eine Kopie der Bilddatei bearbeite. Und wenn ich es dann speichere, dann ist es auch so. Ich habe vielleicht Ebenen drin und Einstellungsebenen, Kopien der Ebenen und ganz viel. Aber im Kern bearbeite ich tatsächlich die Datei. Das heißt, destruktive Bearbeitung. Ich ändere die Daten, die darunter liegen. Lightroom und Capture One nutzen die ursprüngliche RAW-Datei, oder JPEG-Datei, die ich hier reinlade, reinimportiere in meinen Capture One und legen quasi nur Bearbeitungen drüber. Die eigentliche RAW-Datei, die darunter liegt, wird nie tatsächlich angefasst. Die wird nur überlagert, sage ich mal, von Bearbeitungsanweisungen. Und ich kann also jederzeit zum Urzustand meiner Datei zurück. Wenn ich sie nochmal rübergehe, seht man auch, dass ich hier die Haare ein bisschen rausgearbeitet habe, die Farben ein bisschen angepasst habe. Und ich kann da also jederzeit hin zurück, wenn ich zurücksetzen sage. Oder, wie ihr gerade auch gesehen habt, ich kann mir eine Kopie meiner bearbeiteten Dateien machen und wieder von vorne anfangen mit der Bearbeitung, wenn ich in eine ganz andere Richtung gehen möchte. Wenn ich zum Beispiel eine Schwarz-Weiß-Entwicklung machen möchte, die mit meiner Farbentwicklung gar nichts zu tun hat. Ich habe hier oben eine Funktion zum automatischen Anpassen. Und das ist bei Capture One nicht so ein Ein-Knopf- und alles-wird-gut-Lösung. Das ist wirklich ein bisschen intelligenter gemacht. Ich kann nämlich hier, wenn ich lange draufklicken mit der Maus oder mit der rechten Maustaste draufklicken, kann ich auswählen, was er für mich tatsächlich anpassen soll. Die Belichtung, die Dynamikwerte, die Tonwerte, die Drehung, Kontraste und Helligkeit und ich kann immer sagen, was er tatsächlich anpassen soll. Ich mache das zum Beispiel so, ich habe hier alles deaktiviert, also Belichtung deaktiviert, HDR deaktiviert. Ich habe nur die Tonwerte aktiviert. Für mich ist der Knopf hier oben oder das Tastaturkommando praktisch eine Funktion, wo ich immer die Tonwertanpassung an meinen Bildern machen lasse. Dafür nutze ich diese Automatik in Capture One. In der Mitte der Symbolleiste haben wir unsere Mauszeiger-Werkzeuge. Alles, was wir hier hergesehen haben, waren allgemeine Funktionen, die das Bild betreffen. Hier sind alle Werkzeuge, die meinen Mauszeiger betreffen. Ihr seht ja schon die ganze Zeit, dass ich mit meinem Mauszeiger natürlich hier umherfahren kann. Ich kann durch meine Bilder durchklicken, wenn ich ein anderes Bild sehen möchte. Wenn ich jetzt hier aber zum Beispiel, ich zoome mal ein klein wenig rein, in meinem Bild mich bewegen möchte, kann ich das zum Beispiel mit einem Handwerkzeug tun. Dann kann ich das Bild quasi unter meinem Ausstand hier umherschieben und mir einzelne Bereiche in meinem Bild anschauen. Ich kann aber auch, wenn ich wieder rauszoome, mit einem Lupenwerkzeug rangehen und kann dann schauen, okay, habe ich den Mann hier eigentlich scharf getroffen? Ja, habe ich. Und dann kann ich mit dieser Lupe in meinem Bild umherfahren. Das Schöne ist, mit der Lupe kann ich auch hier in meinem Browser umherfahren. Ich hoffe, das sieht man einigermaßen, dass die jetzt noch auf den Bildschirm passt. Und ich kann dann auch hier in der Voransicht meiner Bilder schon schauen, was verbirgt sich hier eigentlich in meinen Bildern drin. Damit, ich muss also wieder zurückschalten auf meinen Pfeil, um dann wieder umherzuzeigen und einzelne Bilder auszuwählen. Ich habe hier ein Beschnittwerkzeug. Wenn ich sage, okay, das Bild hier, ich möchte Beschnitte machen an meinem Bild. Also ich kann das jetzt zum Beispiel ein breites Format zuschneiden, hoch, wie auch immer. Wenn ich hier eine Weile drauf bleibe, sehe ich auch weitere Optionen für die Werkzeuge. Ich kann hier zum Beispiel auswählen, ich hätte das gerne nicht völlig frei, wie ich das mache, sondern ich will ein 16 zu 9 Format haben. Ich klicke auf 16 zu 9. Und sobald ich jetzt hier das Bild wieder anfasse, springt mir das auf ein 16 zu 9 Format. Ich kann auch genauso gut sagen, hey, ich hätte das gerne mal in 3 zu 4. Finde ich ja auch charmant, das Format. Kann man das so sich einrichten, aus dem 3 zu 2 Bild einen 4 zu 3 Zuschnitt machen. Oder auch so etwas wie einen quadratischen Zuschnitt zum Beispiel. Wenn ich sage, okay, ich will mir das Bild für einen quadratischen Ausschnitt zuschneiden. Ich kann auch sagen, dass ich zum Beispiel im Original haben will. Dann bleibt da also bei dem, was ich eingestellt habe. Das ist bei mir ganz hilfreich, weil ich Daten aus meinen Fujifilm Kameras zum einen als 3 zu 2 und auch als 4 zu 3 rausbekomme. Dann bleibe ich immer beim Originalbeschnitt. Ich muss hier auch nicht umschalten zwischen Quer- und Hochformat. Wenn ich zum Beispiel hier 4x5 auswähle, ich bin ein ganz großer Freund vom 4x5, wenn es um hochformatige Porträts geht. Ich suche hier mal eben eins raus. Ich schneide es einfach aus dem hier raus. Also wenn ich ein Porträt im Hochformat haben möchte, mache ich das gerne in 4x5. Wenn ich jetzt hier draufklicke, seht ihr, hier links ist es jetzt grau. Jetzt habe ich nur den mittleren Ausschnitt noch gewählt. Aber ich bin im Querformat, also eigentlich 5x4. Wenn ich jetzt aber das hier so hochziehe, dann springt mir der Ausschnitt hoch und dann bin ich schon im Hochformat drin. Und dann kann ich einen hochformatigen Ausschnitt aus meinem Bild machen. Wenn ich auf das Zeigerwerkzeug zurückgehe, zeigt er mir auch den Ausschnitt tatsächlich an, wer jetzt letztlich dann aussieht. Ich kann in Bildern, ich suche mir was mit dem schönen Horizont. Das hier sieht gut aus. Hier kann ich zum Beispiel auch das Horizont, das Begradigenwerkzeug auswählen. Jetzt seht ihr, jetzt habe ich hier so einen sich drehenden Cursor mit einem kleinen Pluszeichen drin. Und damit kann ich jetzt eine Linie durch mein Bild durchziehen, wo der Horizont ist. Und dann begradigt er mir das Bild automatisch. Und dann sieht man es auch, dass das Bild hier rausgekippt ist. Also der sichtbare Bereich und der leicht ausgegraute Bereich ist dann eben außerhalb des Bildes. Wenn ich jetzt auf meinen Mauszahl gehe, ist der auch weg. Und das ist das Schöne an dem nicht destruktiven, beim Beschnittwerkzeug wie beim Begradigenwerkzeug. Wenn mir der Beschnitt jetzt nicht gefällt an dem Bild, kann ich den nochmal kleiner machen. Jetzt auch 5x4. Dann kann ich jahrelang an anderen Bildern rumarbeiten. Und wenn mir dann am Ende einfällt, ah, das ist ein bisschen knapp hier das Ganze, kann ich jederzeit wieder zurückgehen. Ich sage, wir machen das doch in 3 zu 2. Und wir machen das in einem schönen Querformat. Und dann kann ich das wieder herholen aus meinem Bild. Ich verliere also nichts von meinen Originalbilddaten, die da drunter liegen. Ich kann ja auch so Sachen machen, wie eine Trapezkorrektur. Also ich muss es nicht irgendwie, sag mal, mit dem Daumen vor dem Auge machen, sondern ich kann mir hier wirklich anhand von Hilfslinien so ein Bild begradigen. Ich suche mal eben was raus. Ich glaube, in New York habe ich bestimmt irgendwas mit Häusern drin fotografiert. Ja, da sind wir. Und ich kann mir diese Linien quasi dorthin ziehen, wo auch Linien in meinem Bild stehen. Und wenn ich das dann hier mache, unter der Annahme, dass diese Linien tatsächlich gerade im Bild stehen, aber in New York kann man fast davon ausgehen, dass es einigermaßen gerade gebaut wurde. Das kann ich hier in der Mitte auf Anwenden gehen. Und dann dreht er mir das Bild zum einen gleich korrekt. Also man sieht, das ist jetzt wirklich kerzengerade ausgerichtet. Und das Bild, wenn ich meine Kamera nach unten oder oben gehalten habe, wird auch korrigiert, dass es jetzt wirklich keine stürzenden Linien mehr zum Beispiel im Bild hat. Aber gleichzeitig wird das Bild auch beschnitten. Man sieht ja, dass jetzt auch ein Beschnitt durchgeführt worden ist, weil ich jetzt natürlich nicht alles mehr ins Bild reinbekomme oder halt schwarze Flächen hätten. Und die schneiden wir es dann automatisch weg. Ich habe da noch viele andere Werkzeuge, auf die ich tatsächlich erst später im Detail kommen will, wie ein Pinselwerkzeug, Reparaturwerkzeuge, Masken, Pipetten und Sonstiges. Da gibt es ganz, ganz viel, was noch interessant ist, uns aber im Moment tatsächlich nicht so ganz interessiert. Ich springe mal kurz zu einem Bild, das ich schon bearbeitet habe. Ich glaube, das hier dürfte bearbeitet sein. Ja, einigermaßen, nicht so wirklich. Ich mache es in New York-Bildern raus. Die Porträts waren bearbeitet. Da hatten wir doch gerade eben auch eins. Hier. Ich mache den Schnitt nochmal raus. Hier rechts habe ich weitere Funktionen, die auch wie Umschalter zu sehen sind, wo ich praktisch Dinge ein- und ausschalten kann in Capture One. Hier gibt es zum Beispiel eine Vorher-Nachher-Ansicht. Wenn ich jetzt hier draufklicke, taucht plötzlich eine Linie mitten im Bild auf. Und ihr habt das bestimmt schon mal gesehen, auf euren Websites, wenn so Vorher-Nachher-Bearbeitungen gezeigt werden, dass ich mit so einer Art Wischer hier drüber gehen kann und dass ich dann sehen kann, aha, so hat sich mein Bild verändert. Und deswegen eine ganz gute Funktion. Das sollst du um das Bild hochheben und drunter ein anderes herzeigen, dass ich sehen kann, was habe ich da dran eigentlich getan. Da sieht man ganz deutlich auch den Effekt. Auch hier ist so ein glitzekleiner Pfeil hier dran, an diesem Knopf. Wenn ich da lange draufgehe, kann ich auch umschalten auf eine andere Funktion, auf eine vollständige Ansicht. Und dann kann ich hiermit einfach ein- und ausschalten, ob ich das Original sehen möchte. Das steht hier oben auch vorher dran oder das, was ich jetzt bearbeitet habe. Ich kann auch mal weitere Sachen einschalten, zum Beispiel ein Raster. Also jetzt ist hier einfach ein Drittel-Raster quasi in meinem Bild drin, wenn ich prüfen möchte, okay, wie sieht es eigentlich hier mit einer Drittelregel aus? Einigermaßen erwischt. Möwe nicht ganz erwischt. Und wenn ich dann ins Beschnittwerkzeug reingehe, ist das Schöne, die Rasterlinien wandern dann mit. Wenn ich sage, okay, ich möchte die Möwe genau hier auf meinem Drittelschnittpunkt haben, kann ich das durch das Raster quasi auch dann entsprechend treffen. Ich kann mir auch Belichtungswarnungen anzeigen lassen. Das wird es bei dem Bild nicht unbedingt geben. Bei dem hier vielleicht schon eher. Genau. Wenn ich hier die Belichtungswarnung ein- und ausschalte, tauchen hier rote und blaue Flecken in meinem Bild auf. Und das hat einfach damit zu tun, das sind die Bereiche, die sehr nahe am oberen oder unteren Limit des Dynamikbereichs sind. Also hier gehen wir sehr, sehr nahe ins Weiß ran. Da wird es dann rot. Und hier gehen wir sehr, sehr nahe an ein absolutes Schwarz ran. Dort wird es dann entsprechend schwarz. Das ist wichtig, dann zu wissen, wenn ich die Bearbeitung mache und es zum Beispiel einen Druck geben möchte, wo ja Schwarz vielleicht schnell mal absäuft. Oder wenn ich gar keine Tinte mehr aufs Papier bringe, wird es auch langweilig. Und dann sollte ich hier schauen, dass ich hier nicht zu weit rausgehe. Es gibt noch eine coole Funktion in Capture One. Jetzt aber nicht draufdrücken und dann das Video ausschalten. Es gibt eine Lernfunktion in Capture One, die ich hier abrufen kann. Dann kann ich mir kurze Videos bei Capture One anschauen zu den einzelnen Funktionen. Die sind leider Gottes größtenteils in Englisch. Damit fängt man immer so bedingt was an. Auch wenn man über einzelne Werkzeuge drüber fährt, wie hier das Vorher-Nachher-Werkzeug zum Beispiel, kommt neben einem kleinen erklärenden Text das Tastatur-Kommando, das es für diese Funktionen gibt. Und ich kann hier direkt auf die Hilfe zugreifen oder mir auch einzelne Tutorials anschauen zu den Funktionen. Ganz am Ende hier habe ich eine der wichtigsten Funktionen meiner Meinung nach, die Kopieren- und Zuweisen-Funktion. Ich kann zum Beispiel, wenn ich, ich nehme jetzt mal eins der Bilder hier aus der Serie, ich mache das jetzt mal plakativ, kurz ganz dunkel und dafür ganz bunt. Und ich könnte jetzt mit diesem Kopieren, mit dem Pfeil einmal draufklicken und dann auf dem nächsten Bild zuweisen. Damit kann ich die Einstellungen und die Bearbeitung, die ich an einem Bild durchgeführt habe, aufs nächste zuweisen. So kann ich also relativ zügig durch Bildstrecken durchgehen, bei denen ich weiß, ich habe hier die quasi gleichen Daten drunter. Wenn ich jetzt im Studio ein Produkt fotografiere, kann ich das von einem Bild auf alle zuweisen zum Beispiel. Oder wenn ich auch eine Strecke draußen fotografiert habe, in der Lichtsituation hat sich nicht wirklich geändert. Oder ich will den gleichen Stil erstmal auf den Bildern, kann ich das von allem aufs nächste rüber kopieren. Dann haben wir den großen unteren Bereich hier in Capture One, wo die eigentliche Party stattfindet. Da habe ich schon immer so ein bisschen rumklebt, jetzt erkläre ich aber auch mal eben, was hier so alles sich drin verbirgt. In der Mitte, eigentlich am einfachsten zu sagen, hier werden die Bilder angezeigt, die ich rechts hier in der Leiste ausgewählt habe. Man spricht hier in der Mitte von dem Viewer, hier zeige ich mir also die Bilder an. Das rechts ist der sogenannte Browser. Hier kann ich mich also durch meine Bilder durchbewegen und mir einzelne Bilder rauspicken, die ich dann wiederum in meinem Viewer mir anzeigen lassen kann. Und ich sehe, dass wenn ich hier rechts auf Bilder klicke, tauchen die in der Mitte entsprechend auf. Ganz links sind meine Werkzeuge, die wiederum in Reitern untergebracht sind, wo dann die einzelnen Werkzeuge drin sind, mit denen ich im Detail an den Bildern arbeiten kann. Ich fange mal mit dem Viewer an, was der noch für Funktionen bietet und mache dann den Browser und dann zum guter Letzt die Werkzeuge. Im Viewer, wenn ich hier so das Bild sich anschaue, sieht man neben dem Bild selbst noch ein paar Informationen. Ich habe hier unten die ISO, die Belichtungszeit, die Blende und auch die Brennweite des Bildes. Ich sehe meinen Dateinamen nochmal, den das Bild durch den Import bekommen hat. Ich sehe hier noch ein paar Felder. Ich sehe zum Beispiel eine Farbbewertung. Ich sage, das Bild ist super, das wird grün markiert und das bekommt von mir auch direkt mal vier Sterne. Kann ich das hier auch sehen. Und hier am Ende, das ist nur eine Anzeige, wenn noch weitere Informationen an den Bildern hinterlegt sind. Wenn ich in meinem Viewer über das Bild drüber fahre, mit dem Mauszeiger, sieht man hier oben, wenn man mal kurz hier den Blick drauf richtet, dass da oben sich vier Zahlen auch bewegen. Also ich sehe hier jederzeit die RGB-Werte, Rot-, Grün- und Blau-Werte sowie den Helligkeitswert, der sich unter meinem Mauszeiger befindet. Wenn ich jetzt mal hier in den weißen Sand reingehe, sehe ich, dass die Werte alle weit über 200 sind. Wenn ich jetzt hier ins Blaue reingehe, wo sehr, sehr viel Blau nur ist, haben wir nur drei Rot, 32 Grün, 70 Blau und 28 in der Helligkeit. So kann ich also ein bisschen schauen, okay, was sind die Farbwerte, die hier tatsächlich drunter stecken. Das ist jetzt mit dem Mauszeiger ein bisschen mühsam, aber ich kann mir über eins der Werkzeuge hier oben, wo ganz viel rausklappt, Farbwertanzeigen hinzufügen. Das ist eines der coolsten Features in Capture One. Das war für mich mit einer der überzeugenden Gründe, warum ich das haben wollte. Ich kann hier so kleine Dinger in meinem Bild platzieren. Ich sage es mir hier, ich hätte gern irgendwo in der Mitte, so auf dem Himmel ungefähr und auf dem Sand, so eine Farbwertanzeige. Und jetzt bleibt die da auch stehen. Wenn ich jetzt in meinem Bild was bearbeite, ändern sich die Werte dynamisch. Das Tolle ist, wenn ich jetzt aufs nächste Bild rüberspringe, jetzt habe ich sie ausgeschaltet, ist die Farbwertanzeige auch wieder da. Wenn ich zum Beispiel Produkte fotografiere, kann ich so ganz viele Produktbilder hier reinwerfen und immer an den gleichen Stellen, voraussetzung fotografiere ich die gleichen Produkte aus der gleichen Perspektive, sehe ich also diese Farbwertanzeigen. Wenn ich so mit verbindlichen Farben arbeiten möchte, kann ich mir damit die Farben jederzeit anzeigen lassen. Typischerweise ist das ein Werkzeug, wird es nicht der Fotograf beim Fotografieren verwendet, sondern der Digitalassistent, der daneben sitzt und schaut, okay, ist das, was hier reinkommt, tatsächlich das, was wir haben wollen. Also wenn ich jetzt auf diese Porträtbilder nochmal zurückgehe, wo sind die hin? Wahnsinn. Wenn ich jetzt ständig hier in der Art die Porträtbilder machen würde und ich als Fotograf drehe die Helligkeit ein bisschen nach oben, dann kann mir mein Digitalassistent sagen, hey, du bist hier im absoluten Weißbereich, dein Bild frisst bereits aus, dann drehe mal die Belichtungszeile ein bisschen runter, sonst verlieren wir hier Informationen. Nachträglich kann ich natürlich einfach in den Bildern schauen, okay, welche Farbwerte habe ich tatsächlich drin, wenn ich jetzt aus der Strecke mehrere hätte, könnte ich schauen, okay, wie ist denn die Wand da hinten von den Farben und kriege ich es im nächsten Bild genauso hin. Ist ein super Werkzeug, wenn man verbindlich mit Farben und so weiter arbeitet und will ich wirklich nicht mehr missen. Hier in meinem Viewer wird jetzt im Moment ein Bild angezeigt. Jetzt kann es aber durchaus sein, dass ich mit Bildstrecken zum Beispiel arbeite. Hier eine kleine Bildstrecke. Ja, nehmen wir doch mal hier diese Kitesurfer. Das ist natürlich schön, wie ich mir die Bilder einzeln anzeigen lassen kann. In diesem Filmstreifen rechts habe ich eine Übersicht über alle Bilder, aber vielleicht will ich ja auch mal zwei Bilder mir gleichzeitig anzeigen lassen. Da kann ich einfach mit gedrückter Command oder Steuerungstaste auf den Windows-Rechtern mehrere Bilder hier markieren und mir die hier in meinem Viewer anzeigen lassen. Jetzt hat ein Bild hier so einen blauen Rand außenrum und das ist immer die Hauptvariante oder mein ausgewähltes Bild. Das bearbeite ich dann auch tatsächlich, wenn ich jetzt also etwas in dem Bild machen möchte. Die anderen sind eher so zur Referenz da. Wie eine Mehrfachbearbeitung geht, zeige ich aber auch gleich noch. So kann ich mir aber sehr schnell mal kurz einen Überblick über eine Bildstrecke machen, wenn ich sage, okay, wenn ich mir das mal gern mit dem hier gegenüberstellen, wenn ich, keine Ahnung, das geht auch mit Hochformatbildern natürlich, da passen auch ein bisschen mehr hin, kann ich mir das auch mal anzeigen lassen, okay, wie würde sowas nebeneinander an der Wand aussehen zum Beispiel. Also ich nutze es auch ganz gerne, wenn ich Vorselektionen mache für ein Buch oder sowas, dass ich mir hier in Capture One die Bilder bereitlege und versuche hier in Doppelseiten zu denken. Wie sehen die beiden Bilder aus, wenn ich dir auf der Doppelseite gegenüberlege. Sehe ich jetzt schon, okay, das hier müsste dann vielleicht ein bisschen heller sein in der Bearbeitung. Hier fehlen irgendwie die Weißtöne. Ich will mir die Tonwerte mal korrigieren. Aber die beiden, die funktionieren vielleicht, na, da sind die Farben nicht ideal. Also ich kann mir so zusammenklicken, ha, 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 okay, hier bildet sich eine Logik raus. Hier habe ich sehr viel mit Linien gearbeitet in den Bildern. Die passen vielleicht gut auf einer Doppelseite in mein Buch rein. Ich kann mir also beliebig viele Bilder markieren und so in dem Viewer anzeigen, wie ich die mit Command oder Steuerung hier drüben markiere. Klicke ich irgendwo daneben, kann ich wieder einzelne Bilder anzeigen. Ich kann das aber auch jederzeit aus- und einschalten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich markiere jetzt mal ein paar Bilder, ich kann hier oben auf der kleinen Taste, kann ich umschalten zwischen Einzelansicht, dann sehe ich nur ein Bild damit, obwohl mehrere ausgewählt sind, oder ich klicke hier oben drauf, dann ist die Mehrfachansicht aktiviert, dann sehe ich tatsächlich auch mehrere Bilder. Hier oben kann ich noch ein paar andere Sachen umschalten. Ich habe hier zum einen einen sogenannten Proof-Rand. Proofing ist, wenn ich Bilder Richtung Druck geben möchte oder auch Richtung digitale Ausgabe, aber hauptsächlich Druck, würde ich mal behaupten. Der Proof-Rand macht erstmal kein wirkliches Proofing im eigentlichen Sinne, er zeigt mir aber einen Rand um mein Bild. Und ich finde, bei dem Bild ist es ganz gut, zu veranschaulichen, warum das so wichtig ist in Sachen Bilder. Das Bild ist jetzt im Moment unbeschnitten. Exakt so habe ich das in New York fotografiert. Und ich finde es ein super tolles Bild, da muss man eigentlich gar nichts dran beschneiden. Schalte ich mir jetzt auf den Proof-Rand ein, dann fällt mir plötzlich auf, oh, guck mal, hier habe ich gerade noch so die helle Seite von dem Gebäude mit reinbekommen. Und die sehe ich schlechter, wenn sie hier auch ganz am Rand liegt, weil eben meine anderen Bilder mich davon ablenken, von den Rändern am Bild. Also hier sehe ich ein bisschen deutlicher, die Ränder, die ich an meinen Bildern habe. Auch eine tolle Funktion ist an diesem Proof-Rand, wenn ich zum Beispiel ein Bild habe, das sehr mit dunklen Bereichen außen an den Bildern ist. Also was ist jetzt eigentlich schwarz, was ist nicht schwarz, wo habe ich noch Zeichnungen in meinen Bildern? Sehe ich es hier gegenüber diesem dunklen Grau im Hintergrund, kann ich ein bisschen einschätzen, okay, was habe ich hier eigentlich alles noch im Bild drin? Jetzt nehme ich mal ein Bild, wo es sehr, sehr hell ist. Habe ich hier ein schönes High-Key-Bild. Hier so ein bisschen, ja, wo wir den Sand drin haben. Ich kann den Hintergrund auch ändern. Wenn ich hier mit der rechten Maustaste reinklick, kann ich jetzt zum Beispiel nach Weiß umschalten. Und jetzt ist es, ja, jetzt ist es Weiß. Und dann sehe ich praktisch, wie es zum Beispiel auf einer weißen Seite wirken würde, das Bild. Dann kann ich auch sehen, aha, so hell ist der Sand gar nicht. Weil gegenüber schwarz wirkt der Sand sehr, sehr hell. Gegenüber weiß aber tatsächlich nicht mehr so. Also kann ich mir ein bisschen das Bild genauer anzeigen oder anders von einem anderen Hintergrund anzeigen lassen. Ich vergleiche es immer ganz gerne damit, wenn ich einen Text schreibe, ist der super fehlerfrei. Sobald ich ihn ausdruck, sind plötzlich Rechtschreibfehler in dem Text drin. Und was ähnliches macht dieser Proofrand, ich kann einfach nochmal nachgucken. Ich sehe es einfach ein bisschen anders und ich nutze es wirklich immer als einen der letzten Schritte, um kurz nochmal die Ränder zu checken an meinem Bild, dass ich sehen kann, aha, muss ich noch irgendwas wegschneiden oder kann ich das denn so lassen? Hier gibt es dann noch dieses kleine Augensymbol. Da geht es um die Maskierung meiner Bilder. Später in der Bearbeitung sehen wir, wie wir mit einzelnen Masken und Ebenen die Bildbearbeitung durchführen können. Hier kann ich Einstellungen für diese Masken abrufen. Da kommen wir aber nochmal später im Detail dazu. Ich kann hier auch die Ebenen tatsächlich auswählen. Ich schnappe mir mal eben ein Bild. Das habe ich vorhin schon eins gesehen, wo ganz viele Ebenen drin waren. Ist es hier eigentlich nach Datum sortiert? Dann ist das Bild nicht wesentlich älter. Das ist dann weiter oben. Wo ist er? Hier ist zum Beispiel ein Porträt, das ich geschossen habe. Wenn ich jetzt hier draufklicke, dann kommen hier ganz viele Begriffe auf einmal hoch. Und das sind die einzelnen Ebenen, die ich im Hintergrund angelegt habe. Die über den Hintergrund, Hintergrund heißt die letzte Ebene, das sind die einzelnen Ebenen, die ich hier angelegt habe. Ich könnte hier auch weitere Ebenen anlegen und auf Ebenen über diesem Bild quasi Bearbeitungen durchführen. Zu guter Letzt, das ist auch ein schönes Beispiel, warum man hier den Hintergrund auf verschiedene Farben umschalten kann. so überstrahlt der Hintergrundbild einfach das eigentliche Bild. Es wirkt sehr, sehr dunkel. Wenn ich den auf schwarz umschalte, ist es schon ein bisschen vernünftiger und ich kann dann eher so ein relativ dunkles Bild dann auch gut bearbeiten. Im Viewer oben habe ich dann noch eine Funktion. Das ist eigentlich einfach zu raten. Das ist eine Zoom-Funktion. Ich kann hier zum Beispiel auf 100% reinzoomen. Dann kann ich mich mit dem Handwerkzeug hier wieder durch mein Bild durchbewegen. Es ist gerade dieses Handwerkzeug, aber so häufig in Gebrauch, dass ich es schnell abrufen muss und ich könnte das zwar mit der Taste H machen, kann ich das Handwerkzeug umschalten, dann kann ich mich hier rumschieben. Wenn ich jetzt aber irgendwas wieder mit der Lupe machen will oder sonst wie, dann müsste ich das nächste Werkzeug umschalten. Das ist ein bisschen hinderlich. Es gibt deswegen in Capture One ein paar Tastaturkommandos, wo ich die Taste gedrückt halte und was machen kann. Zum Beispiel die Leertaste. Wenn ich die Leertaste drücke, verwandelt sich mein Cursor in die Hand, dann kann ich kurz ein bisschen schieben, gehe ich von der Leertaste runter, wird es wieder mein normaler Mauszeiger. Und es ist auch ganz egal, was ich sonst angewählt habe. Ich komme mit der Leertaste immer zu diesem Handwerkzeug und kann damit kurz mal in meinem Bild rumschieben. Ich kann hier auch noch weiter reinzoomen, wenn ich das möchte. Ich glaube, 1600% ist mittlerweile das Maximale. Wenn es jemand ganz genau wissen will an einem Bild, brauchen wir auch meistens tatsächlich nicht. Die 1600% sind hauptsächlich deshalb eingeführt worden, weil die neueren Monitore, so ein 5K-Monitor oder 4K-Monitor, eine immens hohe Auflösung haben. Da macht es manchmal Sinn, nicht die tatsächliche 100%-Ansicht mir anzeigen zu lassen, also Pixel für Pixel, sondern die Pixel noch mal zu vergrößern, um noch näher ranzukommen an meine Bilder. Da macht die Funktion mit diesen 1600% dann durchaus Sinn. Jetzt haben wir auf der rechten Seite die ganze Zeit diesen Browser gesehen, den ich hier so elegant mit meinem Mausrad hoch- und runterscroll, wo ich natürlich dann einzelne Bilder anklicken kann. Das ist aber, man sieht, das sind jetzt nur 150 Bilder und das ist schon mühsam. Wenn man noch mehr Bilder hat, wird es natürlich nur noch schlimmer. Wenn ich eine richtige Übersicht haben will, hätte ich gern mehr Browser. Und das kann ich machen, wenn ich zum Beispiel auf die Taste G drücke dann sehe ich nur noch meinen Browser über die ganzen Mitte meines Capture Ones und ich sehe nicht mehr den Viewer. Ich kann jetzt also in meinem Browser einfach umherschauen und das ist ein bisschen so, als hätte ich einen Schuhkarton voller Bilder vor mir auf den Boden geworfen und kann jetzt da drin rum suchen. Dann sehe ich hier, aha, jetzt sehe ich schon viel eher, wo ich eigentlich hin will. Hier sind wir irgendwie in New York, hier kommen ein paar Porträts. Super, jetzt kann ich mich irgendwie hier drin bewegen. Jetzt kann ich jederzeit wieder auf die Taste G drücken und dann ist auch mein Viewer wieder im Bild. Ich kann dann zum Beispiel hier mit der Bildbearbeitung weitermachen. Das Spiel kann ich beliebig oft treiben, kann das einfach jederzeit umschalten. In meinem Browser kann ich aber auch noch ein paar Sachen machen. Ich habe hier zum Beispiel die Suche drin. Wenn ich einen Dateinamen weiß, kann ich nach bestimmten Dateien auch suchen. Jetzt hier zum Beispiel einfach eingebe, wenn man es richtig schreibt, sehe ich Rechtschreibfehler, York. Dann kommt alles mit New York. Jetzt sehe ich nur noch die New York-Bilder hier. Ich kann aber genauso gut sagen, ich nehme mal ein GF1S. Jetzt kommen nur noch die Dateien, die auch ein GF1S im Dateinamen haben. Ich kann mir diesen Filter hier auch löschen. Ich kann es hier aber auch mal, ich gebe mal irgendwelche Zahlen ein. Jetzt kommen alle nur noch die Bilder, die eine 549 in ihren Dateinamen haben. Ich mache es so, beim Import meiner Bilder gebe ich immer den Originaldateinamen aus der Kamera mit und das Datum, an dem das Bild geschossen ist. Wenn ich also weiß, hey, ich habe im 2019 am 12. Dezember ein Bild gemacht, dann kann ich das hier eingeben und dann würden all die Bilder hier wieder hochkommen. Dann kann ich relativ schnell in meinen Daten mich bewegen und was raussuchen. Wenn ich beim Import noch weitere Schlagworte oder eine grobe Bezeichnung mitgebe, wie zum Beispiel New York, kann ich natürlich auch nach denen suchen. Ich beschränke mich mittlerweile aber tatsächlich wirklich nur auf den Dateinamen der Kamera und das Datum, das ich hier mitgebe. Ich kann hier auch, wenn ich auf die drei kleinen Punkte klicken, eine erweiterte Suche mir einblenden lassen, wo ich Kombinationen an Suchen machen kann. Ich kann so sagen, okay, zeig mir mal bitte alles mit einer Bewertung, mit einem Stern oder höher und die Farbe, die Farbmarkierung muss rot sein. Jetzt sehe ich nur noch Bilder mit einem Stern und der Farbmarkierung rot und die blauen oder blaue, ne, gibt es nicht, aber grüne habe ich. Super. Und ich kann jetzt auch einzelne Sachen hier ausschalten. Jetzt zeigt er mir alle mit grün oder nur grün mit einem Stern. Also hier kann ich auch mit einem Gesamtüberblick über meine Datenbank relativ schnell an einzelnen Suchkriterien mir Bilder raus. Und der Browser ist also auch gleichzeitig die Suche in meinem Capture One. Und ähnlich wie im Viewer kann ich auch hier natürlich noch eine Zoom-Funktion einschalten. Und dann sehe ich zum Beispiel hier, jetzt mein Filter auch wieder löscht, ne, der ist sogar raus, sehe ich hier alle Bilder, die in meiner Datenbank sind und kann immer weiter reinscrollen, wenn ich dann vor größere Strecken hinweg suche, dann finde ich die auch tatsächlich hier entsprechend wieder. Wenn ich ein Bild anklick, drücke ich auf die Taste G, habe ich meinen Viewer wieder und kann hier an meinem Bild arbeiten. Ich kann meinen Browser auch ein bisschen umgestalten. Und zwar, ich habe hier im Moment eine Rasteransicht, also ich sehe in einem ganz klar getrennten Raster die Bilder neben und untereinander. Ich kann auch eine Listenansicht aktivieren. Die brauche ich super, super selten, aber man sieht relativ schnell, für was die gut ist. Wenn ich Bilder nach bestimmten Kriterien auswählen möchte oder mir einen Überblick über meine Bilder schaffen möchte, kann ich in dieser Listenansicht, wo ich dann einzelne Spalten habe, kann ich sehen, was ist denn eigentlich da so an Informationen drin. Sachen wie die ISO-Empfindlichkeit, die Verschlusszeit, die Bewertung und die Sterne. Das wird das Hauptding sein. Und ich kann hier auch einschalten, was ich hier tatsächlich sehen möchte. Leider kann ich hier nicht weitere Kriterien reinkriegen. Das wäre ganz cool. Ich habe das auf die festgelegt, die wir hier im Moment sehen. Aber zum Beispiel, das Datum ist durchaus interessant. Wenn ich hier dann durchscrolle, sehe ich sehr genau das Datum hier hinten in der letzten Spalte und könnte so zum Beispiel Bilder raussuchen. Es gibt noch eine weitere Ansicht im Browser, den sogenannten Filmstreifen. Der macht, wenn der Browser groß ist, super wenig Sinn, weil da habe ich nur links ein paar Bilder kleben. Wenn ich meinen Viewer einschalte, genau das hier ist aber die Filmstreifenansicht. Die Rasteransicht sieht aber genau gleich aus, wenn ich den Browser so zusammengeschoben habe. Die macht dann einfach das Gleiche, weil sie eben entsprechend klein ist. Damit kann ich also die Bilder so als in so einem Streifen hier anzeigen lassen. Hier, man sieht, wenn ich den Browser so klein am Rand habe, habe ich trotzdem Zugriff auf die Funktion. Also ich habe hier die Lupe für die Suche nochmal. Ich habe hier diese Zoom-Funktion, dass ich die Bilder also größer oder kleiner anzeigen könnte, wobei das jetzt hier wenig Sinn macht. Wenn ich den Browser aber insgesamt ein bisschen größer mache, könnte ich zum Beispiel eine zweispaltige Ansicht hier haben. Dann könnte ich hier oben mit dieser Zoom-Lupe also sagen, zweispaltig ist zwar cool, aber ich hätte gerne einen größeren Browser und eine größere Ansicht der Bilder. Und so kann ich mir das quasi hier auch zurechtlegen dann. Ich schiebe das jetzt mal ein bisschen zusammen. So viel Browser brauche ich nämlich gar nicht. Das sind also Viewer und Browser in Capture One. Eine wichtige Funktion haben wir hier noch und das ist so ein bisschen tricky. Die Bilder hier sind im Moment nach dem Datum sortiert. Dummerweise geht Capture One immer her, wenn ich neue Bilder importiere, sortiert sie nach dem Namen. Deswegen sind meine Bilder von den Namen, so wie ich sie hier habe, mit dem Dateinamen oder dem Datum aufwärts benannt. Dann ist es egal, ob ich sie nach Namen oder nach Datum sortiere. Ich kann das hier aber entsprechend noch umschalten. Ich könnte es ja zum Beispiel nach Brennweite sortieren, falls es irgendjemanden jemals interessiert aus irgendeinem Grund. Ich könnte es aber auch nach der Bewertung sortieren. Jetzt sind alle top bewerteten Bilder hier oben mit 5 Sternen und die ganz ohne Bewertung sind jetzt hier ganz unten angekommen. Meistens ist aber tatsächlich ein Datum. Ich kann hier hinten auch umschalten, ob die neuen oben oder die neuen unten sein sollen. Je nachdem, wie ich das gerne hätte. Das sind also Browser und Viewer in Capture One. Jetzt wissen wir, wie wir uns in den Bildern bewegen. Das ist jetzt wie gesagt mein Tutorial-Katalog hier. Das hat 148 Bilder im Moment. Das ist sehr überschaubar. Wenn ich jetzt aber größere Kataloge habe, komme ich nicht drum rum, mir das auch ein bisschen zurechtzulegen und zu sortieren. Und nun mit Dateinamen komme ich da natürlich nicht weit. Und jetzt kommen die eigentlichen Werkzeuge in Capture One ins Spiel. Ich habe hier links meine Werkzeugleiste, oben Symbolleiste, links Werkzeugleiste. Und das erste Werkzeug, das ich hier habe, ist auch direkt mein Bibliothekswerkzeug. Die Werkzeuge sind hier in sogenannte Reiter unterteilt. Also ich kann hier draufklicken, dann ändert sich alles, was unterhalb dieses Reiters ist, wie es aus Windows oder Mac gewohnt ist. Und die Anordnung der Werkzeuge hier ist auch nicht völlig beliebig, sondern die folgt einem gewissen Muster. Capture One kommt, wie gesagt, von diesem sehr joborientierten Modell. Ich stehe da mit meiner Kamera, fotografiere, Digitalassistent arbeitet mit den Bildern, am Ende wird noch ein bisschen dran rumgewürstelt und dann gehen die Bilder raus an meine Kunden. Aber sie folgen gewissen Arbeitsschritten in meinem Workflow. Und genau wie der Workflow oder wie Capture One sich diesen Workflow vorstellt, so sind auch die Werkzeuge hier angeordnet. Und das Erste, was ich mache, ist die Bibliothek. Ich muss die Dinge erstmal in meinen Capture One reinbekommen. Und hier ist auch die Verwaltung oder wenn ich auch alte Projekte zugreifen möchte, ich muss erstmal das Projekt raussuchen, bevor ich es bearbeiten kann. Wenn ich zum Beispiel meine New York Bilder sehen möchte, klicke ich hier auf meine New York Sammlung in meinem Bibliothekswerkzeug. Im Browser umschaltet, seht ihr, habe ich nur noch New York Bilder hier. Ihr könnt genauso genau die Kitesurfer in Kapstadt mir mal anschauen. oder alles, was ich in Frankreich fotografiert habe, ist in gar keine drin. Hier, wo ich den Jesse fotografiert habe, HDR Bilder, sonst was. Ich kann mir hier diese Sammlung auch selbst definieren in meinen Werkzeugen. Also ich kann hier auf den gesamten Katalog zugreifen. Ich sehe hier die letzten Importe, die ich durchgeführt habe in meinem Katalog. Ich habe einen Papierkorb in den Bildern drin, die ich gelöscht habe. Und ich kann mir hier Sammlungen, Projekte, Alben und Smart Album anlegen. Das sind quasi, hier ist zum Beispiel so ein Smart Album angelegt, alle Bilder, die ich mit XT3 fotografiert habe und die drei Sterne oder mehr haben. Hier kann ich jetzt auch wieder auf diese Suchkriterien zugreifen. Intelligentes Album bearbeiten. Dann sehe ich hier alles, was ich eingestellt habe, was hier rauskommen soll, um diese Bilder anzuzeigen. Oder ich habe eine einfache Sammlung, in die ich einfach die Bilder reinwerfe. Das ist auch ein bisschen mit Symbolen versehen. Ich habe hier einmal Ordner. In den Ordnern ist eine Box, das soll ein Schuhkarton glaube ich sein, in dem ich einfach Bilder reinwerfe und innerhalb dieser Schuhkartons sind es Mappen oder Sammlungen. Also das kommt ein bisschen aus der Zeit der Negative noch oder der Abzüge. Die sind alle in so einer Mappe drin. Die schmeiße ich wiederum in den Schuhkarton rein, wie es mit dem Ordnern zusammenpasst, weiß ich aber auch nicht. Aber so ist die Anordnung, wie Capture One sie gerne hätte. Diese Sammlung, die ich hier sehe, also dass jetzt hier zum Beispiel die New York Bilder sind, aber aus New York gibt es auch Bilder, die hier in diesem Album auftauchen. Wenn ich mir hier jetzt zum Beispiel ein neues Album anlege, ich nenne das jetzt mal Test Album, ist das gar nicht falsch geschrieben? Ne, sogar richtig geschrieben. Ich gehe jetzt mal aus Alle Bilder, wo ich alle Bilder sehe und ich nehme jetzt eins meiner XT3-Bilder aus New York und werfe das hier rein. Das Bild ist jetzt hier drin, das Bild ist hier drin und das Bild ist auch hier drin. Das ist also kein Abbild meiner Festplatte, wo die Daten liegen. Das hier ist eine Datenbankstruktur, wo ich beliebig die Bilder hinwerfen kann, wo ich möchte. Die müssen also nicht nicht nur an einem Ort hier liegen, sondern ich kann die an beliebigen Orten haben. Ich könnte mir zum Beispiel eine Sammlung anlegen, die heißt, ich mache mal ein Album, Portrait. Wir schreiben es auch mal mit einer großen P. Drücke auf OK. Jetzt könnte ich wieder auf alle Bilder gehen und jetzt schnappe ich mir einfach mal ein paar so Porträts. Bis hierhin sind alles Porträts und werfe die in diese Sammlung Porträte rein. Und so könnte ich mir aus vielen Jahren Orten oder sonst was einzelne alles hier zusammensammeln in diesen Porträtsorten. Und das manuell verwaltet. Also nur was ich hier reinwerfe, landet auch tatsächlich dann da drin gegenüber einem intelligenten Album. Was der damit macht, erkläre ich dann aber noch an anderer Stelle. Ich kann hier auch ein bisschen filtern. Die sind also auch ähnlich wie diese Suche, die wir hier oben haben, kann ich hier einfach mit ein paar Tasten relativ schnell filtern. Ich kann zum Beispiel sagen, okay, zeige mir mal nur die mit 5 Sternen an oder nur die mit 2 Sternen oder nur die, die grün markiert sind. Na, jetzt. Nur die, die grün markiert sind. Und wenn ich die Alt-Taste gedrückt halte, kann ich das hier auch kombinieren. Ich kann sagen, okay, ich hätte gerne 5 Sterne und grün markiert. Gibt es gar keine. Ich hätte gerne die 4, 3 und 5 Sterne und davon alle, die grün markiert sind. Bleibt noch ein Bild übrig. Dann kann ich das in den einzelnen Filter hier ein- und ausschalten. Bewertung und Farbmarkierung, bin ich ehrlich, ist das, was ich am meisten für die Filter verwende. Es gibt aber noch viel mehr. Wenn ich zum Beispiel hier wieder auf alle Bilder gehe, sehe ich unter diesen Tasten auch tatsächlich, wie viele Bilder diesem Filter entsprechen würden. Also ich sehe es in meinem Beispielkatalog hier. Ich habe zum Beispiel 43 Bilder mit 23 Millimetern gemacht. Klicke ich das hier an, habe ich nur noch Bilder, die ich mit 23 Millimetern geschossen habe. Genauso könnte ich nach ISO-Werten gehen, wenn ich GPS-Daten hinterlegt habe, auch nach den Orten, nach den Kameramodellen, auch die Formate. Ich kann auch Schlüsselwörter, das Datum, alles Mögliche hier unten filtern lassen. Und in den ganzen Werkzeugen, die wir hier sehen, gibt es oft diese drei Punkte am Ende von dem Werkzeug. Wenn ich dann draufklick, kommt zusätzliche Optionen zu dem Werkzeug. Und hier kann ich mir noch mehr Filter einblenden lassen. Ich könnte mir zum Beispiel einblenden lassen, einen Filter für die Kameramarke. Dann kann ich filtern, was ist aus einer Leica, was ist aus einer Fujifilm, was ist aus einer Canon oder wie auch immer. Oder den Kamerabesitzer. Wenn ich Bilder einsammle von mehreren Fotografen, könnte das ja durchaus eine Option sein. Ich kann nach IPTC-Tags filtern und, und, und. Es gibt ganz viel, nach was ich hier filtern kann tatsächlich, um dann einfach mich schnell in meinem Katalog zurechtzufinden. Wenn ich hier draufklicke, kann ich aber zum Beispiel auch die globale Filter mir noch aktivieren. Ich könnte zum Beispiel sagen, dass ich JPEG-Dateien immer ausblenden möchte, genauso wie PNG, TIFF oder RAW-Dateien oder immer Video-Dateien ausblenden. Also hier gibt es einige Funktionen, die ich zusätzlichen Filtern noch abrufe. Also Filter ist nicht, Bild sieht anders aus, Filter ist, ich filtre mich durch, meine Daten durch und lasse nur noch das durch, was ich sehen möchte. Das Bibliotheksmodul stellt also den Anfang meistens dar, dessen, was ich mit meinen Bildern mache. Hier suche ich mir also meine Bilder raus. Es gibt noch weitere Funktionen oder weitere Werkzeuge hier oben. Das nächste ist wieder dieses Kamerasymbol, was ich hier oben auch schon bei der Aufnahme gesehen habe. Und genau das ist auch ein Hinweis darauf, hier geht es ums Tethered Shooting, also die Daten direkt in Capture One rein zu fotografieren. Man sieht, wenn ich hier zwischen diesen Werkzeugregistern umschalte, ändern sich auch alle Werkzeuge, die hier drunter aufgeführt sind. Also wenn ich hier alle Werkzeuge habe, die mit der Datenverwaltung zu tun haben, mit dem Bibliothekswerkzeug, ist es hier alles, was mit dem direkten Tethered Shooting zu tun hat. Ich klicke jetzt mal ein Bild an und wir stellen uns einfach vor, ich hätte das per Tethered Shooting hier rein fotografiert am Strand in Kapstadt, wie man das halt so macht. Ich habe hier zum Beispiel eine Belichtungsbeurteilung drin. Wie sinnig die jetzt ist, kann jeder für sich selbst entscheiden. Ich finde die Bilder ganz gut belichtet. Da sagt man, das ist ganz leicht überbelichtet, aber ich sehe zum Beispiel hier oben direkt auch ein Histogramm. Ich könnte hier auf meine Kamera zugreifen, könnt ihr auf diesen Auslöserknopf drücken, wenn es einen dran wäre. Könnt einstellen, wie sollen die Bilder heißen, wenn ich sie fotografiere. Kann Einstellungen an der Kamera direkt verändern und, und, und. Ist für uns mal nicht so relevant, aber hier finde ich alles, was mit diesem Tethered Shooting zu tun hat. Wir gehen mal davon aus, wir fotografieren ohne Laptop, das an der Kamera dran hängt, sondern wir haben Bilder gemacht und hätten die jetzt gern in Capture One wollen, die bearbeiten. Dann ist das Erste, was man typischerweise macht, die wirklich grundsätzlichsten Korrekturen an solchen Bildern durchzuführen. Und das sind nicht unbedingt die kreativsten Entscheidungen, die ich in der Bildbearbeitung mache, sondern das sind wirklich Korrekturen. Dass das, was aus Gründen nicht so ist, wie es sein soll, kann ich hier dann am Anfang korrigieren. Zum Beispiel die Objektivkorrektur. Wenn ich jetzt hier so ein Bild anklicke, ich mache das mal groß, sieht man hier, dass auch ein Profil hinterlegt ist zu dem Objektiv, das ich verwendet habe. Je nachdem, wenn es die Kamera automatisch erkennt, welches Objektiv das war, wählt es hier auch automatisch aus und wendet quasi eine Objektivkorrektur an. Kein Objektiv ist perfekt. Ich habe jetzt hier, ich weiß gar nicht, das 23.1.3, wie es da aussieht. Ah, doch ein bisschen. Also zum Beispiel das XF23 vignettiert ganz leicht. Wenn ich mir der Kamera ein JPEG-Bild schieße, wird diese leichte Vignette schon korrigiert, wenn das JPEG gespeichert wird. Im RAW wird es nicht entfernt, sondern da belässt man es den RAW-Convertern, wie Capture One oder Lightroom, um diese Korrekturen durchzuführen. Genau dafür sind diese Profile da. Ich kann jetzt anhand des Profils zum Beispiel die Verzeichnung korrigieren. Das hat es eigentlich kaum, da wird es sogar in so ein Raster eingeblendet. Aber wenn man jetzt mal in die Ecken hier oben reinschaut, ich kann den Helligkeitsabfall, also die Vignette des Objektivs, korrigieren. Da wird das Bild also in den Ecken in dem Fall ein bisschen heller oder den Schärfeabfall. Also die meisten Objektive sind nachher ganz in die Ränder auch nicht scharf. Ich kann auch den hier korrigieren, dass in die Ränder rein oder in die Ecken rein meistens die Schärfe ein bisschen korrigiert wird. Und das kann ich eben, ich nehme jetzt mal ein anderes Bild, was ich nicht mit dem 23er gemacht habe. Hier ist es zum Beispiel die ganze Kamera, wo das Objektiv fest verbaut ist. Auch da, hier sieht man es auch ganz deutlich, kann ich den Helligkeitsabfall in den Ecken korrigieren. Man sieht, das vignettiert doch schon ganz deutlich und das kann ich damit korrigieren, dass hier die Ecken wirklich durchgängig die gleichen Helligkeitswerte haben. Wenn ich es jetzt ganz genau wissen will, könnte ich zum Beispiel wieder mit meinen Farbwertanzeigen hier arbeiten. Schiebe ich mir mal eine hier in die Ecke hoch, schiebe mir hier irgendwo eine eher in die Mitte vom Bild und dann kann ich sehen, wie die Helligkeitswerte hier sind und was passiert, wenn ich an diesen Reglern dann drehe. Dann verändern sich entsprechend auch diese Farbwertanzeigen. Da gibt es noch alles Mögliche, chromatische Aberrationen, Beugungskorrektur, violette Farbsäume und, und, und. Aber auch zusätzliche Optionen zu Werkzeugen, die zum Beispiel meinen Mauszeiger betreffen. Wir hatten es ja eben schon mit dem Beschnittwerkzeug, das hier oben auswählen kann. Das Bild hier ist auch begradigt und beschnitten. Man sieht es, also ich habe es weder gerade noch fotografiert, noch den richtigen Ausschnitt gewählt. Aber hier kann ich das auch mal zuschneiden. Also hier sehe ich nochmal dieses Seitenverhältnis, was ich oben auch unter dem Werkzeug finde. Ich kann hier auch schon eine Größe vorgeben, wie ich es denn zuschneiden möchte. Ich kann mir einen Raster hier einblenden lassen, wenn ich den Zuschnitt mache. Also man sieht, aha, kommt immer dieses Drittelraster hier rein, sobald ich das Werkzeug anfasse. Ich kann hier auch diese Drehung, die ich sehr wahrscheinlich mit dem Werkzeug gemacht habe, auch manuell machen. Wirklich hier den Winkel ändern, mit dem ich das Bild gemacht habe. Wenn es jetzt, es gibt ja durchaus mal Bilder, wo die Kamera nicht weiß, dass ich die Kamera gedreht hatte, ich könnte die Sachen auch drehen lassen, zum Beispiel einfach mit diesen Tasten links und rechts. Ich könnte sie auch spiegeln lassen, die Bilder, wenn es dafür den Grund gäbe. Ich kann hier so Sachen wie diese Trapezkorrektur machen, das hatte ich anfangs auch schon hier oben gezeigt, wo ich mir diesen Linien das ausgerichtet habe. Ich kann es hier auch manuell mit diesen Reglern zum Beispiel machen. Ich habe hier auch Optionen für das Raster. Hier ist im Moment ein rechteckiges Raster, das ist einfach eine Drittelregelung. Ich könnte aber hier auch den goldenen Schnitt umschalten. Ich blende mir jetzt hier mal das Raster kurz ein. Das ist jetzt also immer die goldenen Schnitte in mein Bild eingeblendet. Ich könnte mir aber auch zum Beispiel eine Fibonacci-Spirale in mein Bild einblenden lassen und anhand dessen schauen, wie habe ich denn mein Bild komponiert, was ich hier habe. Entspricht das irgendwas? Jetzt hier macht die Fibonacci-Spirale so total wenig Sinn. Ich kann sie aber auch spiegeln und drehen und jetzt, ja, jetzt macht es schon mehr Sinn. Ja, ist vielleicht gar nicht so schlecht, das Bild. Katje Bresson hätte sich gefreut, wenn ich so ein Bild schieße und ich kann es hier eben, im Gegensatz zu ihm kann ich es in meinem Capture One kontrollieren. Wie gesagt, die Drittelung ist aber tatsächlich das, was ich am meisten verwende. Ich kann aber hier zum Beispiel, wenn ich jetzt Bilder habe, in denen sehr viel weiß ist, sehe ich die weißen Linien vielleicht nicht, dann könnte ich mir die auf Rot oder auf andere Farben umschalten oder auf Schwarz oder was auch immer. Das ist also diese Objektivkorrektur. Man sieht, das sind zum einen grundsätzliche Korrektur maler Bilder, zum anderen Optionen für Werkzeuge, die ich da drin habe. Jetzt gehen wir aufs nächste Werkzeug und hier fällt jetzt schon was auf. Jetzt bin ich bei den Farben. Capture One ist ein bisschen bekannt für seine Farben, sage ich mal, weil man hier sehr viel machen kann und auch sehr leistungsfähig, was Farben angeht. Hier wird mir jetzt zum ersten Mal ein Histogramm angezeigt, auch nochmal die Belichtungswerte hier oben angeblendet. Ich sehe die Ebenen, mit denen ich später sehr viel arbeite, die Basismerkmale. Inbei ist es gleich ein Farbeditor und hier unten kommen drei Werkzeuge, die Farbbalance, Schwarz-Weiß und die Normalisierung und da ist nichts drin, die sind zugeklappt. Das kann ich hier mit dem kleinen Pfeil oder wenn ich auf den Namen klicke, kann ich die Werkzeuge ein- und ausklappen, um hier einfach ein bisschen eine Übersichtlichkeit hinzubekommen oder wenn ich zum Beispiel mit einem Werkzeug wie der Farbbalance arbeiten möchte und ich möchte nur dieses Werkzeug sehen, kann ich mir die einen dann einfach wegklicken. Sachen wie der Farbeditor mit dem Hautton brauchen zum Beispiel auch relativ viel Platz, dann kann ich mir die anderen wegklicken. Und man sieht auch, wenn ich jetzt hier mal alle ausklappe, es gibt Werkzeuge hier oben, die bleiben kleben, die sind immer sichtbar und es gibt da unten welche, die scrollen hin und her. Es gibt also einen sogenannten fixierten Bereich und einen scrollbaren Bereich. Wenn ich jetzt zum Beispiel aber sage, hey, das ist alles schön und gut, die Basismerkmale meiner RAW-Konvertierung hätte ich aber auch gerne hier oben in dem Bereich, dann schnappe ich mir einfach das Werkzeug mit der Maus und ziehe es hier hoch unter den Rest und jetzt sieht man, dass die dicke Linie ein bisschen weiter nach unten gerutscht und jetzt scrollen die Basismerkmale nicht, sondern ich kann die die ganze Zeit sehen. Ich kann mir also die Werkzeuge innerhalb dieser Werkzeugreiter nach Belieben selbst konfigurieren. Wenn ich zum Beispiel sage, diese Normalisierung, das heißt, ich kann zwei Bilder anhand von Farbwerten mit weißabgleichen Belichtung anpassen, auch da ist noch ein bisschen der Produktfotografie drin. Das braucht kein Mensch oder ich brauche es zumindest nicht. Ich kann hier einfach mit der rechten Maustaste draufklicken und sagen, Werkzeug entfernen, die Normalisierung und dann ist das Werkzeug hier weg. Ich kann mir also das Ganze so zurechtlegen, wie ich es tatsächlich brauche. Wenn ich zum Beispiel jemand bin, diesen Farbeditor, den will ich niemals anfassen, ich will mir mit der Farbbalance arbeiten, kann ich das entsprechend einfach umschalten und mir nur die Farbbalance anzeigen lassen. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel feststelle, ich gehe dazu mal in den nächsten Reiter rein, in der Belichtung. Also hier waren hauptsächlich Farben. Als nächstes geht es an die Belichtung rein. Jetzt habe ich hier ganz andere Werkzeuge. Ich habe hier auch in den fixierten Bereich und scrollbaren Bereich. Es sind sehr viel mehr Werkzeuge drin. Was mir hier zum Beispiel fehlt, sind diese Basismerkmale, die ich ja bei den Farben habe. Also bei den Fuji Kameras ist es so, ich kann mit diesen Basismerkmalen diese Filmsimulationen abrufen. Man sieht dann schon, wenn ich da mal so drüber fahre, dass das Bild sich komplett ändert. Also klar, schwarz-weiß oder sowas. Aber auch was die Farben angeht, kann ich hier relativ viel mit diesen Voreinstellungen schon machen. Das ist zwar bei den Farben eigentlich richtig aufgehoben. Ich arbeite aber hauptsächlich in diesem Belichtungsreiter. Hier hätte ich auch gern die Basismerkmale. Ich kann genauso gut mit der rechten Maustaste hier draufklicken, Werkzeuge hinzufügen. Jetzt zeigt es mir eine komplette Liste mit allen Werkzeugen, die in Capture One verfügbar sind. Und hier wähle ich mir ganz oben die Basismerkmale aus. Und dann kommen die erstmal ganz unten raus. Dann ziehe ich mir die hier nach oben und packe sie aber in den Scrollbaren-Bereich, weil ich will sie nicht die ganze Zeit sehen. Das erste Werkzeug hier oben, die Basismerkmale, die ich auch bei den Farben habe. Und da ist es nicht weg. Ich kann es in beiden haben. Genauso wie das Histogramm oder die Ebene. Die Werkzeuge können also überall sein. Es kann es aber auch durchaus sein, dass ich hier gerade in meiner Belichtung arbeite und ständig rüber zu den Farben springe, weil ich gleichzeitig was an den Farben drehe. Es ist natürlich super mühsam, hier oben ständig hin und her zu springen. Es gibt zwar auch ein Tastaturkommando dafür, aber wäre es nicht schön, wenn ich zum Beispiel diesen Farbeditor hier auch noch drin hätte, aber ich will nicht noch mehr Werkzeuge haben. Kein Problem. Kann Capture One auch. Und zwar kann ich oben im Menü sagen, Fenster, schwebendes Werkzeug erstellen und dann holen wir uns den Farbeditor. Und jetzt habe ich das Werkzeug, das gerade eben noch auch bei den Farben drin war, hier als sogenanntes schwebendes Werkzeug. Das ist über mein Bild und egal was ich mache, das bleibt da auch. Ich könnte jetzt jederzeit zum Beispiel hier die Blautöne anpassen und die ein bisschen mehr ins Türkis River schieben, ein bisschen mehr Sättigung reingeben, die Helligkeit verändern und gleichzeitig trotzdem hier meine Belichtungswerkzeuge offen haben. Das Schöne ist, ich kann auch das hier jederzeit ein- und ausklappen. Also ich habe oftmals so schwebende Werkzeuge, die hier irgendwo rumdümpeln oben über meiner Werkzeugleiste, die ich dann auch irgendwann vergesse und mir dann wieder einfällt. Ich habe die ja alles schon hier eingeblendet und kann die hier ein- und ausklappen. Ich kann mal hier auch umschalten und dann sieht das aus, das schwebende Werkzeug auch seine Größe ändern kann. Und wenn ich es dann nicht mehr brauche, klicke ich auf die drei Punkte, sage Werkzeug entfernen und schwupp, weg ist es. Also ich kann einfach mal eben schnell, wenn der Bedarf da ist, mir Werkzeuge zusätzlich hier einblenden lassen. Ich kann mir auch, wenn ich zum Beispiel, ich gehe jetzt mal in diesem Belichtungswerkzeug her und wir sehen, hier habe ich eine gewisse, hier eine Gradationskurve, das ist immer super. Gradationskurven machen Spaß. Ich habe die Gradationskurven hier unten. Jetzt bin ich mal so frei und klicke mir da mal eine Gradationskurve zusammen. Ich hebe den Schwarzwert ein bisschen an, dadurch ist das Bild ein bisschen ausgewaschen. und ich flache die Kurve in den Schatten ab, hebe sie in den Lichtern ein bisschen an, mache die Kurve aber auch ein bisschen flacher und mache das jetzt natürlich super, super genau. Nur so macht es Sinn, gar nicht anders. Jetzt kann ich nochmal umschalten, vorher, nachher. Dann sehe ich nochmal, was ich alles gemacht habe. Jetzt habe ich aber nur die Gradationskurve gerade verändert. Ich will vielleicht auch nur das sehen. Hier unten gibt es ein Zurücksetzen. Wenn ich da draufklicke, ist meine Gradationskurve wieder so, wie ich sie vorher hatte. Wenn ich mit der Alt-Taste hier draufklicke, kann ich nun die Bearbeitung, die von einem Werkzeug kommt, mir ausblenden lassen. Ich sehe also, was hat meine Änderung an den Gradationskurven jetzt gemacht. Da sage ich, aha, super, ich habe dadurch so einen leichten, ja, faded look, wie ein leicht ausgeblichenes Bild mir erstellt und trotzdem ein bisschen knackigeren Kontrast drin. Super. Das hätte ich gerne auf dem Bild auch. Jetzt kann ich entweder hergehen und mühsam diese Gradationskurve hier nachbauen oder ich gehe her und sage, ich klicke auf diese drei kleinen Linien hier und sage, benutzerdefinierte Voreinstellung speichern. Dann fragt sie mich, Thomas, wie soll es heißen? Oder, nee, was willst du speichern? Die Kurve. Wie soll es heißen? Leichter faded look. Und sage speichern. Und jetzt kann ich auf allen Bildern in meinem ganzen Katalog oder auch in anderen Katalogen wieder auf diese drei Linien klicken und dann taucht hier oben auf leichter faded look. Und ich kann nur die Einstellung von dem einzelnen Werkzeug auf einem Bild immer wieder anwenden. Wenn ich also zum Beispiel so etwas habe wie, ups, jetzt blende es mir alles möglich ein, eine Korrektur der Hautwerte habe ich mir zum Beispiel mal angelegt, um einfach so einen Startwert zu haben, um Hautwerte gut nachkorrigieren zu können, kann ich mir das in meinem Farbeditor ablegen und jederzeit wieder abrufen. Es ist also nicht so wie bei, wobei es in Capture One auch gibt, solche Presets oder Styles heißen es hier, wo alle möglichen Werkzeuge irgendwie verändert werden und ich einen anderen Bildlook bekomme. Ich kann es hier auch pro einzelnen Werkzeug tatsächlich hinterlegen. Das heißt, ich könnte zum Beispiel auch bei den Farbwerten sagen, okay, ich klicke mir hier in meinem Farbeditor was zusammen, wie ich die Farben verändern möchte, klicke hier auf diese drei Linien und kann mir das dann entsprechend hier ablegen. Es gibt auch, man sieht es hier schon, pro Werkzeug einzelne Voreinstrums, die hier schon drin sind. Bei, ich mache die Belichtung, da gibt es bestimmt auch irgendwas, hier draufklick, eine Vivid-Bearbeitung, einfach Schwarz-Weiß-Bearbeitung, eine Blende hoch, eine Blende runter, bei den HDR-Werkzeugen gibt es ganz bestimmt, da gibt es nichts, spannend. Klarheit gibt es auch nichts, also es gibt nicht bei allen was, hier gibt es auch nichts, Vignettierung, ist auch nichts, aber bei manchen gibt es, hier bei den, genau bei den Kurven zum Beispiel, gibt es verschiedene Voreinstellungen, die ich mir einfach entsprechend reinladen kann, die schon mitkommen. Und so kann ich die hier abrufen. Ich gehe mal die Werkzeuge noch ein bisschen weiter durch. Das nächste Werkzeug, auch da der logische Schritt in der Bearbeitung, nachdem ich Farben und die Belichtungen korrigiert habe, ich ja sehr kreativ dran war, geht jetzt nochmal ins Detail an meinem Bild. Man sieht, die Ebenen sind hier jetzt auch ausgeblendet, weil die hier gar nicht mehr so eine große Rolle spielen. Hier ist aber schon ein Navigator eingeblendet. Ich habe hier so eine Gesamtansicht meines Bildes, weil wenn ich jetzt ins Detail gehe, zoome ich meistens rein und jetzt kann ich hier oben, ich hoffe, man sieht es einigermaßen, diesen Bildausschnitt auch verschieben. So wie ich es hier mit der Hand machen würde, mit dem Handwerkzeug, kann ich es jetzt auch hier oben machen. Jetzt schauen wir uns mal an, was die Personen hier so treiben. Wir machen uns dann 100% Ausschnitt. Und ich kann hier zum Beispiel die Schärfung für mein Bild jetzt steuern. Ich kann gucken, okay, ich werde jetzt ein bisschen schärfer, das Bild, weil diese Linien vorher nicht ganz so knackig waren, wie ich mir das vorstelle. Oder ich kann die Rauschreduzierung hier steuern. Oder auch so Sachen wie das Filmkorn. Also ich kann hier nachträglich eine digitale Körnung einfügen, das Bild natürlich auch ein bisschen knackiger macht und auch ein bisschen realistischer einfach aussehen lässt, als dieses ganz glatte, digitale Bild, was man sonst bekommt. Ein feines Korn, ein silberreiches Korn, man kann die Werte wie die Stärke und die Könnigkeit dann entsprechend steuern. Wenn man jetzt viele Business Portraits macht, brauchen wir das Moiré-Werkzeug ganz oft. Wenn man Anzüge oder Krawatten hat, wo Muster drauf sind, kann ich da Moirés entfernen. Ich habe eine Fleckentfernung. Da gibt es auch ein kleines Werkzeug. Das finde ich hier oben auch in der Werkzeugleiste oder hier drin, mit dem ich einzelne Flecken in meinem Bild entfernen kann. Ich kann hier zum Beispiel draufklicken und schwupp, verschwinden einzelne kleine Steinchen von meinem Strand. Ich kann diesen Ausstand auch, diese Größe von dieser Fleckentfernung auch ändern und man kann hier so ein bisschen den Strand aufräumen, was sonst keiner tut. Jetzt sehe ich hier lauter kleine Punkte. Wenn ich wieder auf mein anderes Werkzeug gehe, alle kleinen Steinchen weg. Ich kann es aber auch hergehen, wenn ich wieder auf mein Fleckentfernungswerkzeug gehe und sage, nee, den Stein hier, der ist ästhetisch wichtig, ich hätte ihn gerne wieder drin. Ich habe den nicht wirklich gelöscht. Ich habe nur gesagt, wenn du diese Rollerzeile mir anzeigst, in meinem Viewer, hätte ich den Fleck gerne entfernen. Auch da wieder nicht destruktive Bearbeitung. Ich kann hier Fleck 5 von 6 oder Fleck 4 von 6 auch auswählen, als ob das jemand wüsste. Dann wird er hier orange markiert. Dann kann ich hier die Größe auch hier mit einem Regler entsprechend ändern, kann er durchschalten oder diese Fleckentfernung deaktivieren. Genau, das ist also in den Details drin. Ich überspringe den hier kurz und gehe gleich auf den allerletzten, dieses i-Informationen. Hier sehe ich zum einen die Metadaten. Also ich sehe hier den Dateinamen, die Bewertung, die man sonst irgendwo sehen kann, wäre das Objektiv, wäre die Kamera, jada, jada, jada. Ich kann hier aber auch die IPTC-Daten hinterlegen. Das sind Metadaten, die zum Beispiel im Journalismus verwendet werden, damit ich weiß, wer hat das Bild ursprünglich gemacht, wo ist es geschossen worden, was sehe ich hier eigentlich, also die Bildüberschrift Kitesurfer in Kapstadt. Na gut, das sagt eigentlich schon, was aus dem Bild drin ist. Da kann ich eine Beschreibung hinterlegen, wo das Bild aufgezeichnet wurde und, und, und. Ich kann hier auch mit Schlüsselwörtern arbeiten. Wenn ich es mal sehe, wenn ich das später mal wieder rausfiltern möchte, kann ich das Schlüsselwort Kitesurfer hier hinterlegen und dann mir hier auch hier hinterlegen lassen. Ich sehe hier auch einen Strand, ich sehe hier das Meer, ich sehe einen Himmel und das Ganze war in Südafrika. Dann sieht man hier schon, da taucht ja gerade auch schon, da tauchen auch Vorschläge auf, wenn in meiner Datenbank, in meiner Bilddatenbank schon Sachen drin sind, dann sieht er die hier auch. Ich muss also nicht jedes Mal alles neu eintippen, dann kann ich sagen, Südafrika, Kapstadt. Und dann hat es die beiden hier hinterlegt. Ich kann auch auf diese Katalogschlüsselwörter tatsächlich zugreifen. Und das sieht man hier, habe ich hier schon ein paar Sachen hinterlegt. Ist hier eine Möwe im Bild? Nö, hier ist keine Möwe im Bild. Gut, hier sind alles nur Kitesurfer, wenn irgendwas so eine Möwe im Bild ist. Aber nicht, aber auch Rügen. Stellen wir uns vor, hier wäre auch eine Möwe im Bild. Dann könnte ich hier aus meiner Schlüsselwörterbibliothek auch das Schlüsselwort Möwe anklicken und dann wäre das entsprechend auch mit hier drin. Hier habe ich also Informationen zu meinem Bild. Da geht es nicht um eine tatsächliche Bearbeitung, aber das ist oftmals der letzte Schritt dann, wenn die Bilder wirklich fertig bearbeitet sind, sind dann auch mit den Schlüsselwörtern entsprechend zu versehen. Dieses kleine, das soll ein Reißbrett darstellen, glaube ich. Also ein Klemmbrett. In dem Register verbergen sich Stile und Voreinstellungen. Ich kann Bilder oder Voreinstellungen abspeichern und jederzeit wieder neu laden. Das heißt zum Beispiel, dass hier benutzerdefinierte Stile hinterlegt sind. Ich habe jetzt hier einfach mal ein paar von meinen importiert und dann nehmen wir doch das Bild, ist ja ganz egal. Ich habe hier zum Beispiel TJ Color Portra 400 styligen Stil hinterlegt mit ein bisschen Punch hinten dran. Den Namen kann ich frei vergeben. Ich kann es mir halt so ganz gut merken, was ich eigentlich tue. Und man sieht, wenn ich hier drüber gehe, dann sieht man sofort die Veränderung, die in dem Bild stattfindet. Ich habe hier auch zum Beispiel ein Gold 200, das ist ein Kodak Gold Look mir mal gebaut und auch hier hinterlegt. Oder mit einem Faded Look dran, also dass das Weiß ein bisschen nach unten gedrückt wird und die Schatten ein bisschen nach oben und die Kurven abgeflacht werden. Ich kann hier also Stile mir selbst kreieren, ich kann aber auch auf die benutzerdefinierten Stile zugreifen. Hier gibt es auch diese Spring Styles, wenn ich da drüber gehe, sehe ich dann auch verschiedene Bearbeitungen, die damit gemacht werden. Das Schöne ist, wenn ich zum Beispiel diesen Spring Style nehmen wir irgendwas Markantes, der 10 ist ganz mal erkannt. Jetzt sehe ich, dass der hier angewendet ist und wenn ich jetzt in meine Werkzeuge zurückgehe, kann ich auch tatsächlich mir anschauen, was macht dieser Stil denn? Also was hat der zum Beispiel, der macht gar nichts mit den Farben, spannend. Ah doch, hier im erweiterten Farbeditor, hier wird das Grün zum Beispiel verändert, der Hell, die Farben ein Stück weit geändert und das Blau wird hier wohl geändert. Also das Blau, man sieht es hier von einem relativ kräftigen Blau geht es eher so in ein leicht ausgeblichenes Blau rein. Ich kann also mir dieses Stile reinladen oder über mein Bild drüberladen oder aber auch nachträglich jederzeit nochmal verändern nach Bedarf. Je nachdem, wie ich das möchte. Das Ganze gilt aber auch für die Voreinstellungen. Voreinstellungen sind dann das, was zu einzelnen Werkzeugen ist. Ich kann jetzt auch nochmal die Kurve auswählen und das sieht man hier, ah, diesen leichte Faded Look kann ich hier auch abrufen und über mein Werkzeug drüberlegen. Also ich muss nicht erst das Werkzeug raussuchen, ich kann es auch hinten hier in den Voreinstellungen laden. Was ich hier auch machen kann und ich glaube da kommt das Klemmbrett her, ich kann mir hier diese Sachen kopieren von einem aufs nächste. Wenn ich jetzt dieses Bild hier habe, sehe ich, aha, hier ist die Belichtung, die Sättigung angepasst, alles andere nicht, super. jetzt kann ich hier sagen, kopieren. Ah ne, jetzt hat es geladen. die Filmkurve, die Belichtung, die Tiefen, die Lichter, die Stärke des DEHIS-Werkzeugs, ja, da ganz viel ist hier verändert worden. Jetzt wähle ich mir ein anderes Bild aus. Das hier, das sieht hier fast schon gleich aus. Wir setzen das Bild mal komplett zurück und jetzt kann ich hier sagen, anwenden. Und jetzt wird hier alles drüber kopiert, was hier ausgewählt war. Das Schöne ist, dass es ein sehr intelligentes Kopierwerkzeug ist, weil das heißt ja nicht unbedingt, wenn ich in dem anderen Bild, wenn ich das um eine Blende unterbelichtet habe, dass es beim nächsten Bild genauso ist. Sprich, wenn ich jetzt sage, okay, wir nehmen mal unser Urbild hier, das könnte eine Blende weniger vertragen. Beispielhaft, ich ziehe das mal zwei Blenden runter, auch wenn das für Käse ist. Aber wir haben die Belichtung angepasst. Hier jetzt haben wir ein anderes Bild. Moment, ich muss jetzt die Einstellung nochmal kopieren. Ich mache das mal ganz händisch mit der Maus, kopieren. wähle mir ein anderes Bild an. Wenn ich jetzt anwenden sage, wird auch die Belichtung über das Bild drüber kopiert, die Belichtungskorrektur. Ich kann den Haken hier aber entfernen und sagen anwenden, dann wird alles andere angewendet, alle Werkzeuge außer der Belichtung. Also nur die, die angehakt werden, werden dann angewendet. Gerade die Belichtung zum Beispiel will ich meistens nicht drüber kopieren. Was fast nie Sinn macht, ist die Begradigung zu kopieren, weil garantiert ist der Horizont in beiden Bildern schief, aber jeweils anders schief. Deswegen wird der zum Beispiel gar nicht erst mit kopiert. Also Beschnitte und Begradigung werden nicht über diese Kopierfunktion hier angewendet. Das kann ich aber umstellen, wenn ich hier oben auf die drei Punkte klicke. Ich kann nicht sagen, alles was angepasst wurde oder alles was angepasst wurde ohne Komposition. Komposition ist Begradigung und Beschnitt in dem Fall. So kann ich hier also auch wieder relativ schnell arbeiten. Ist die gleiche Funktion, die ich hier auch oben in der Symbolleiste habe, wo ich von einem aufs nächste die Sachen rüber kopieren. So funktionieren also die Werkzeuge in Capture One. So, wir können jetzt selber auf meine Notizen hier drüberschauen. Ah, genau. Ich habe jetzt schon ein paar Veränderungen hier durchgeführt. Ich will mal kurz zeigen, was ich so typischerweise in meinen, wie ich mein Capture One einstelle. Was ich zum Beispiel nicht mehr brauche, ich arbeite seit Jahren mit Capture One, ist die Beschriftung in meiner Symbolleiste oben. Die braucht kein Mensch. Ich klicke einfach mit der rechten Maustaste drauf und sage nur Symbole. Und schon haben meine Bilder ein bisschen mehr Platz zum Atmen. Ich kann also ein bisschen mehr Bild auf meinem Bildschirm anzeigen. Ich könnte zum Beispiel auch die einzelnen Werkzeuge hier in der Größe verändern. Ich möchte aber die ganze Symbolleiste anpassen. Rechte Maustaste, Symbolleiste anpassen. Jetzt kann ich hier entweder die Standard-Symbolleiste mir reinziehen, dann habe ich die, die Capture One mir vorschlägt, oder ich gehe her und passe mir an mit Funktionen, die ich gern hätte. Was ich zum Beispiel total gern habe, eine Funktion, die oder ein Symbol, das aus der Symbolleiste entfernt worden ist mit Capture One 22. Was ich aber super wichtig finde, ist das hier ausgewählte Bearbeiten. Das ist ein Umschalter, ob ich mit einem oder mit mehreren Bildern gleichzeitig arbeiten möchte. Was ich auch gerne da oben drin hätte, wären neben dem Raster zum Beispiel die Fokusmaske. Ich zeige auch gleich mal, was die kann. Was ich auch gern drin hätte, wären die Hilfslinien, die ich mir einblenden lassen kann, neben dem Raster. Vielleicht will ich ja hier noch, was haben wir sonst noch Lustiges, Anpassung zurücksetzen, Hilfslinien, die Varianten hätten wir hier noch. Ich könnte zum Beispiel hier diesen Tutorial-Button mir rausnehmen, den brauche ich nicht, auch nicht. Und dann die Drehwerkzeuge, hier, drehen. Passiert da ganz oft, dass man ein Bild mal drehen muss, weil die Kamera nicht schnell genug reagiert hat bei der Drehung. Jetzt habe ich hier oben zwei Pfeile, mit denen ich ganz schnell, ohne das Werkzeug rauszuholen zu müssen, eben mal die Bilder drehen kann. Gibt es auch Tastaturkommandos dafür, aber manchmal ist man auch mit der Maus dran, dann kann ich hier oben einfach draufklicken. Hier rechts habe ich jetzt noch weitere Symbole hinzugefügt, zum Beispiel die Fokusmaske. Jetzt suche ich mir mal die Porträts eben noch mal raus. Wir sehen hier irgendeine Sammlung drin, haben wir einen Filter drin. Den mal raus, hier Porträts, haben wir eine Sammlung angelegt. und ich kann eine Fokusmaske einblenden lassen. Wir meinen es aus, klicken auf die Fokusmaske und jetzt legt mir Capture One eine Maske drüber, an der ich sehen kann, wo das Bild tatsächlich scharf ist. Scharf in Anführungszeichen, das weiß Capture One eigentlich auch nur anhand dessen, wo eben die höchsten Kontraste sind. Hoher Kontrast heißt scharfes Bild. Ich kann es hier auch reinzoomen, aber das ein bisschen verfeinert auch die Auswahl, weil es dann eben noch mal genau drüber schaut. Und wir sehen tatsächlich, ja, die Haare, ihre Augen, der Mund, all das ist scharf. Das Tolle ist, ich sehe das hier auch im Browser. Ich kann also auch in meinem Browser sehen, welche Bilder scharf sind. Damit kann ich relativ schnell entscheiden, welche Bilder zum Beispiel rausfliegen, weil sie eigentlich gar nicht scharf geworden sind. Ich sehe zum Beispiel das Bild hier, da liegt die Schärfe hier vorne auf den Haaren und tatsächlich, wenn ich das Bild groß anschaue, habe ich daneben gegriffen, Schärfe liegt vorne auf den Haaren, nicht auf den Augen, wo sie da hin sollen. Hier das Gleiche, Haare hier oben scharf, Augen unscharf. Hier, naja, gerade noch so okay die Augen, mit ein bisschen Nachschärfen könnte man noch was erreichen. Das Bild hier, ja, schon eher, das ist schon tatsächlich scharf. Hier sehe ich, geht die Schärfe eben auch viel tiefer und das passt für mich. Geht bei Porträts, geht aber natürlich auch bei Landschaftsbildern, bei allem, wo entsprechend die Kontraste da sind. Ist nicht perfekt, aber für eine grobe Vorauswahl ist es auf jeden Fall super, diese Schärfemaske zu haben. Ich kann mir auch noch Hilfslinien einblenden. Das ist dann interessant, wenn ich zum Beispiel hergehen möchte und viele Porträts von vielen Personen fotografieren möchte. Ich möchte kontrollieren, ob ich die auch alle auf der gleichen Ebene habe. Auch da eher der Digital Operator, der vielleicht da sagen kann, hey, guck mal, wo du eigentlich hin fotografierst. Das habe ich noch einblenden lassen. Genau, die Mehrfachbearbeitung. In Capture One, in Lightroom ist es so, ich kann auch mehrere Bilder gleichzeitig bearbeiten. Alles, was ich tue, wird gleichzeitig auf allen Bildern angewendet. In Capture One ist es ein bisschen anders. Nur bestimmte Werkzeuge, nur bestimmte Funktionen wirken sich auf alle Bilder aus, die ich markiert habe. Ich wähle jetzt mal nochmal drei Bilder hier aus. schalte auch die Mehrfachansicht um. Ich mache jetzt mal ganz schnell was, alle weggucken. Ich mache das mal zu Farbbildern, was es eigentlich auch sein sollten. Und wenn ich jetzt, ich habe diese drei wunderbaren Farbbilden und ich sehe, aha, das hier ist ein bisschen zu dunkel, das ist ein bisschen zu hell, das ist super belichtet, wunderbar. Ich würde jetzt aber ganz gerne alle drei Bilder, nicht die Belichtung korrigieren, sondern, was machen wir am besten hier? Wir erhöhen zum Beispiel den Kontrast hier. Das ist ein bisschen wenig Kontrast. Ich möchte bei allen Bildern aber den Kontrast erhöhen. Wenn ich jetzt hier an dem Regler drehe, ändert sich nur mein Hauptbild. Obwohl diese Mehrfachbearbeitung, also ich will alle Ausgewählten bearbeiten, aktiviert ist. Es ändert trotzdem nur das erste Bild. Wenn ich jetzt aber so sage, drehen, drehen sich alle. Es ist also nicht jede Funktion in Capture One dafür da, gleichzeitig alle Bilder zu bearbeiten. Ich kann das damit aber ein- und ausschalten. Für Anfänger würde ich sagen, schaltet es aus, dann geht es garantiert immer nur auf das ausgewählte Bild, was da passiert. Dann kann ich immer das Bild, das ich gerade ausgewählt habe, das ist zum Beispiel ein bisschen heller machen. Ich wähle dann hier mal Pure das nächste aus. Ich mache das jetzt ein klein wenig dunkler. Hier sind die Lichter ein bisschen oben drüber geschossen. Das ist super belichtet. Kann ich einzelne Bilder bearbeiten. Sachen wie die Stile zum Beispiel, die greifen dann, also ihr seht, jetzt ändert sich nur das Stil von dem einen Bild links oben in dem blauen Rand. Wenn ich die Mehrfachbearbeitung einschalte, jetzt ändert es sich bei allen drei. Der Stil, wenn ich hier über diese Stile drüber fahre. Das greift also wiederum für alle. Auch die Metadaten greifen zum Beispiel für alle. Da muss man dahinter kommen mit der Zeit, welche Funktionen die Mehrfachbearbeitung eigentlich tatsächlich betreffen. Wie gesagt, irgendwann steht man aber dahinter und weiß genau, welches Werkzeug für was eigentlich greift. Ich lasse es mal an. Ich bin es gewohnt, dass es an ist. Ich arbeite tatsächlich die meiste Zeit so. Ich will noch zwei Funktionen kurz zeigen. Zum einen die Tastaturkurzbefehle. Wir haben gerade eben schon gesehen, mit G oder H kann ich die Sachen umschalten, die Werkzeuge oder bestimmte Funktionen hier aufrufen. Es gibt unter Bearbeiten, Tastenkombinationen bearbeiten. Kann ich im Prinzip alles, was im Menü oder in dem Werkzeug verborgen ist, mir hier einblenden lassen und auch anschauen. Was macht denn Sinn? Anpassung. Zurücksetzen. Farbmarkierung. Das ist super. Hier steht zum Beispiel drin, rot ist die Taste 6. Jetzt klicke ich hier mein Bild, drücke auf die Taste 6, auf meine Tastatur und zack, ist eine rote Markierung hier dran. Logisch, wenn ich drei drücke, bekommt es drei Sterne zum Beispiel. Ich kann also alle meine Tastaturkommandos hier einsehen. Ich kann mir die auch auflisten lassen. Da kommt eine Seite angezeigt, wo die alle drinstecken. Ich kann sie hier aber auch bearbeiten. Ich kann zum Beispiel hier sagen, ich hätte gern, was machen wir? Irgendwas in den Ansicht, keine Ahnung. diesen Vorher-Nachher-Effekt, wenn ich den nicht auf Y haben will oder andere Funktionen kann ich das mir hier entsprechend einfach umschalten. Ich hätte zum Beispiel ganz gerne, wo ist denn das eigentlich? Bild, ich glaube. Ja, Variante klonen. Ich habe schon gesagt, wir haben eine Grund-Raw-Datei. Ich kann mir Varianten davon anlegen, weil ich die Original-Datei ja nie anfasse. Ich hätte zum Beispiel gerne, also meine Standard-Einstellung, die ist aus Lightroom übernommen, weil ich Lightroom so lange verwendet habe. Command, Shift und die Raute-Taste. Wenn ich die Tasten hier drücke, seht ihr, jetzt ist der Befehl hier drin und jetzt kann ich praktisch mit dem Befehl dann neue Varianten mir hier entsprechend klonen von meiner Ursprungsvariante. Oder ich kann mir hier sagen, auf Command, Shift, U kann ich Bilder umbenennen. Wenn ich jetzt hier irgendwo reingehe, sage ich Command, Shift, U und dann taucht hier direkt, dann wählt ihr mir schon den Namen aus und dann kann ich das jetzt zum Beispiel Nathalie 1 nennen. Und das erste Bild war, was ich von Nathalie gemacht habe. Ich kann mir also diese Tastaturbefehle alle zum einen anzeigen lassen und auch überarbeiten nach Bedarf. Hier verbirgt sich auch noch eine wichtige Funktion auch mit drin, und zwar die Schnellbearbeitungstasten. Die kamen letztes Jahr mit Capture One 21 dazu und sind eine der besten Neuerungen, die Capture One hat, die die Arbeit vor allem mit Bildstrecken oder mit vielen Bildern immens vereinfachen. Ich hole mir mal nochmal meine Kitesurfer her. Wir haben ja ganz viele Bilder, die sind jetzt auch schon größtenteils bearbeitet. Wenn ich jetzt aber hierher gehe und mir mal vier Bilder schnappe und hier anzeige, jetzt würde ich dem Bild gerne die Helligkeit ändern, in dem Bild muss ich die Farben ändern und hier muss ich den Horizont ändern. Also tippe ich hier oben die ganze Zeit zwischen irgendwelchen Werkzeugreitern hinterher, suche mir dann mit dem Scrollen mein entsprechendes Werkzeug raus, was ich eigentlich haben will und dann fingere ich hier mit der Maus drin rum. Das ist mühsam. Mit der Tastatur geht es sehr, sehr viel schneller. Es gibt verborgen unter, vor allem auf der linken Seite der Tastatur, die meisten sind Rechtshänder, rechts also Maus, links die Tastatur, gibt es diese Schnellbearbeitungstasten. Die Taste Q zum Beispiel ändert die Belichtung. Die ist hier zu hoch. Das Bild muss dunkler werden. Wenn ich auf die Taste Q drauf drücke, sieht man hier unten, taucht bei allen Bildern der Belichtungsregler unterhalb des Bildes auf einmal auf. Und wenn ich jetzt ins Bild reinklicke, ich habe die Taste Q noch immer gedrückt und die Maus nach links ziehe, ändert sich für alle Bilder die Belichtung. Ich kann also alle Bilder auf einmal dunkler machen. Ich mache es mal kurz rückgängig. Wenn ich diese Mehrfachbearbeitung, die wir gerade eben gesehen haben, hier oben ausschalte, dann mit der Taste Q hier reindrücke, taucht der Belichtungsregler nur unter meinem ausgewählten Bild aus. Ich kann das ausgewählte Bild dunkler machen, zum Beispiel. Jetzt hätte ich ganz gerne in dem Bild hier mehr Kontrast. Drücke ich auf die Taste W, bleib drauf, ziehe die Maus nach rechts, dann kann ich den Kontrast in dem Bild erhöhen. Und ich muss nicht hier dieses Werkzeug raussuchen. Ich könnte auch im Farbregister sein. Ich kann trotzdem mit W das hier verändern. Mit E kann ich die Helligkeit des Bildes verändern. Ich kann mit der Taste R die Sättigung verändern. Also ich kann das hier Quietsch-Bonbon-Farben machen oder die Sättigung stark rausdrehen, ganz wie ich das möchte. Und das geht natürlich wesentlich schneller, vor allem wenn ich immer mehrere Bilder ausgewählt habe, schnell in das Bild reinzuklicken und wenn wir da Zeit haben oder die Tastaturkommandos dann natürlich einfach raus und kann hier drin direkt was verändern. Also ich kann hier die Schatten ein klein wenig anheben in dem Bild oder in dem hier, also die Schattenbereiche, also mir ein bisschen hochziehe. Man sieht, jetzt kommen die Schatten ein bisschen nach oben und so weiter. Und ich kann dann auch noch hergehen mit den Pfeilen, durch die Bilder springen, durch die vier ausgewählten. Wenn ich die nächsten vier Bilder auswählen will, drücke ich Alt und den Pfeil und dann habe ich die nächsten vier Bilder in der Strecke. Und so kann ich unglaublich schnell durch eine ganze Bildstrecke durchgehen und einzelne Anpassungen durchführen. Hier die Belichtung ein bisschen nach unten, indem hier die Belichtung ein klein wenig nach oben, ich habe jetzt angewählt, oh Gott, ich bin in meinem Reparaturwerkzeug gelandet, die Belichtung ein klein wenig nach oben drehen und so weiter und so weiter. Und so komme ich durch die einzelnen Bilder relativ zügig durch und kann mir die Bilder schnell bearbeiten, springen die nächsten vier rein. Das Schöne ist, ich habe immer eine Übersicht über vier Bilder. Also ich ändere nicht ein Bild in meiner Strecke, das komplett anders aussieht. Das passiert schnell, wenn man nur ein Bild sieht. Ich sehe immer alle Bilder in meiner Bildstrecke und kann also jederzeit darauf zugreifen, einzelne Dinge dann hier drin verändern. Jetzt so der kleine Werbehinweis, wer die Tastaturkommandos sich nicht alle merken kann, in meinem Capture One Tutorial, wo ich das alles als Video nochmal aufgezeichnet habe, da habe ich auch so eine ausdruckbare Vorlage mit beigelegt. Das ist ein PDF, das kann ich mir ausdrucken. Da stehen die Standard-Tastaturkommandos drauf oder wenn man so weit ist und sagt, hey, ich würde mir das gerne anpassen, ich habe eine bessere Idee für die Tastaturkombination, es gibt auch eine Blankovorlage, wo ich dann einfach mit dem Stift mir eintragen kann, wie ich die Tastaturkommandos zum Beispiel belegt habe. Zum Beispiel so etwas wie das Dehase-Werkzeug ist hier gar nicht aufgeführt. Das hätte ich jetzt zum Beispiel gerne auf der Taste H, wenn das geht, das ist nicht mit dem Handwerkzeug direkt kollidiert. Und hier, ja doch, dann kann ich hier die Stärke des Dehase-Werkzeugs direkt bearbeiten. Das steht jetzt aber nicht in meinen Dingen drin. Ausgedruckte Vorlage, dann kann ich mir das da direkt eintragen. Genau, das kann ich also alles hier entsprechend machen. So, damit haben wir einmal die komplette Oberfläche von Capture One gesehen. Symbolleiste, Viewer, Browser, Werkzeuge, was ich damit alles machen kann. Im Detail würde ich es mal mit einer wirklichen Bildbearbeitung anschauen, welche Werkzeuge Sinn machen und welche nicht. Aber jetzt haben wir zumindest mal den Überblick über die Oberfläche gewonnen. und jetzt bin ich bereit für eure Fragen. Hat auch schon im Chat, glaube ich, ein paar Mal geklingelt. Die wichtige Frage ist, die mich nämlich auch interessiert, mit dem zweiten Bildschirm. Und zwar, müssen wir mal schauen, eine Frage zur Arbeitsumgebung. Ich arbeite mit zwei Monitoren und möchte auf dem zweiten Monitor einen Viewer mit 100% Ansicht haben. Auf den Cursor, auf die dem Cursor, auf den Viewer, auf den Hauptmonitor folgt. Also nur eine 100%, eine Vollansicht des Bildes, aber auch den Cursor. Das ist eine gute Frage. Also es gibt, ist es hier noch drin? Das ist, glaube ich, ein eigenes Ding. Ich füge mal eben das Werkzeug hinzu. Es gibt ja den, wo ist der jetzt? Livebild. Nee, Livebild war es nicht. Muss ich selbst kurz suchen. Capture Pilot. Nee, Capture Pilot ist es nicht. Es gibt, ah, wo ist die Funktion? Es gibt ja diese Möglichkeit, quasi so einen Digitaloperator zuzuschalten, der dann die Sachen sieht. Aber das ist auf einem anderen Rechner. Auf dem zweiten Bildschirm, einen zweiten Viewer. Ich glaube, das ist, ich glaube, das geht gar nicht. Gibt es einen zweiten Viewer? Ich glaube, ich kann keinen zweiten, also ich kann zwar hier umschalten, in den Fenstern, die Arbeitsumgebung mit dem großen Viewer. Dann habe ich zwei Fenster, aber dann habe ich, also ich weiß nicht, wie das jetzt mit Zoom rauskommt. Ich hoffe, man kann das einigermaßen sehen. Ich habe jetzt hier tatsächlich zwei Fenster im Moment. Und ich könnte jetzt, jetzt könnte man ja ein Fenster auf einen Monitor, das andere auf den anderen legen. Genau. Jetzt kann ich hier den Browser wieder abschalten. Aber wenn wir den Browser, genau, so zwei nochmal haben. Genau, dann habe ich, so ein Monitor. Genau. Jetzt, das wäre dann mein zweiter Monitor. Aber was ich nicht weiß, der folgt hier dem Cursor nicht. Genau. Das ist einfach nur ein zweiter Viewer. Also hier habe ich quasi eine Vollansicht, während ich hier zum Beispiel eine Detailansicht habe. Und ich weiß nicht, ob der zweite Viewer, den Viewer, nee, ich wüsste nicht, wie der folgen könnte, dass der das Gleiche sieht. Nee, müsste ich nachschauen. Das wäre mir jetzt nicht bekannt. Also ich, ich habe das mal eine Zeit lang so verwendet, mit meinem zweiter Monitor Setup, dass ich auf der einen Seite den Browser und auf meinem einen Bild schon einen Viewer hatte, damit ich also jederzeit hin und her schalten konnte, dass ich ein bisschen mehr Platz für meinen Viewer habe. Aber dass der dem folgt, also er folgt ihm dahingehend, dass natürlich das gleiche Bild angezeigt wird. Aber ich weiß nicht, oder war das die Frage, dass das gleiche Bild angezeigt wird? Nee, nee, das ist auch die Bearbeitungsschritte. Darf ich meine Frage nochmal ergänzen? Ja, gerne. Ja, also das ist eine Frage, die von der Umstellung von Lightroom auf Capture One kommt. Und bei Lightroom kann man einstellen, Zweitmonitor und dann Lupe Live. Ah. Und dann folgt, wenn man dann in seinem Bild auf dem Hauptmonitor irgendwie den Cursor verschiebt, dann folgt die 100%-Ansicht auf dem Zweitmonitor, die folgt dann der Cursor-Position. Und das ist natürlich eine tolle Möglichkeit, Schärfe und auch Farbabstimmung genau zu checken auf dem Zweitmonitor. Moment, jetzt muss ich kurz nachschauen. Nee, nicht Navigator oder Fokus. Ah, der Fokus kann nicht folgen. Also es gibt dieses Fokus-Werkzeug, aber damit muss ich quasi manuell die Lupe immer dort platzieren, wo ich sie haben möchte. Und dann geht sie pro Bild zwar mit, aber sie folgt nicht meinem Cursor. Genau. Ihr könnt höchstens die... Wir sehen uns ja in vier Wochen wieder, Thomas. Vielleicht habe ich es bis dahin herausgezogen. Und das ist ja eine Aufgabe für dich, ob du in vier Wochen kannst das ja herausfinden. Ja. Es gibt die zentrierte Lupe? Nee, das ist ja... Ja, ich kenne das von Capture One. Äh, von... Von Lightroom, ja. Von Lightroom. Ja, ja, jetzt... Ja, es ist Lupe live, ne? Ja, ja, ja. Nee, die gibt es nicht, also nicht, dass ich wüsste in Capture One. Ich müsste mal nachschauen, aber ich glaube nicht, nicht, dass ich wüsste. Okay. Dankeschön. Bitte. Aber in vier Wochen wissen wir mehr. Vielleicht gibt es die Funktion, bis in vier Wochen, wenn man lang genug Nachfragen bekommt. Ja, klar. Sorry. Ja. Psst. Ruhiniere ich mir hier komplett meinen schönen Tutorial-Katalog nebenher. So. Moment, ich habe hier ein leichtes Fenster-Cast. Das muss ich kurz beheben, sonst werde ich wahnsinnig. Ja. So, jetzt habe ich es wieder. So, noch weitere Fragen? Wie gut arbeitet Capture inzwischen mit dem Loop Deck zusammen? Oder Loop Deck Plus? Ja, also ich habe kürzlich das Loop Deck, die Monogram Palette, einen MIDI-Controller und meinen PlayStation-Controller mal an Capture One angeschlossen, um zu testen, was kann ich wie machen. Ich habe selbst das Problem, dass wenn ich zu lange mit Tastatur und Maus arbeite, dass ich einfach durch die wiederholenden Bewegungen sich meine Sehnen irgendwann entzünden, mir die Arme wehtun. Deswegen arbeite ich tatsächlich mit einem Trackpad, einer Maus und einem Grafik-Tablet gleichzeitig und wechsle einfach ständig dazwischen hin und her. Aber für eine große Bearbeitung oder gerade für Bildstrecken ist es natürlich noch cooler, wenn ich an irgendwelchen Reglern drehen kann. Das macht dieses Loop Deck zum Beispiel. Ich fand die Einrichtung von Loop Deck selbst in Capture One semi-gut. Ich finde das Control Center von Loop Deck aber an sich schon super kompliziert. Ich bin damit nie wirklich klargekommen. Ich weiß, die Loop Deck-Leute haben das ursprünglich für Lightroom entwickelt und das merkt man dem halt bis heute einfach an, dass die auch die APIs von Capture One nicht so hundertprozentig angehen oder vielleicht noch nicht verstehen oder einfach noch nicht gut genug kennen. Das wird besser mit der Zeit, aber mich hat es nicht überzeugt, wenn ich ehrlich bin. Da kann ich nicht dafür sprechen. Was sehr gut funktioniert, ist die Monogram Palette. Wer das nicht kennt, ich kann das ja mal kurz hier einblenden. Das war mal eine Kickstarter-Kampagne. Moment, ich gebe mal ein anderes Bild frei. Was sieht man jetzt hier? Ein brauchbares Bild da davon. Monogram, Monogram. So viele Fenster. Das ist im Prinzip ähnlich wie das Loop Deck von der Idee her. Ich habe halt Regler und Knöpfe, die ich irgendwie habe, aber ich kann die mir frei zusammenstecken. Also all die Teile kann ich wie ein Puzzle auseinanderziehen und mit Magneten schnappen, die dann wieder zusammen und dann habe ich hier die Funktionen drauf und ich kann das auch umschalten zwischen einzelnen Profilen und so weiter. Und ich habe davon jetzt ein relativ großes Setup, bin ich hier am Tisch, aber an meinem Arbeitsplatz, wo ich die Knöpfe und die Regler und dieses große Shuttle zum Beispiel habe. Und gerade diese Shuttles, die kommen ja so ein bisschen aus der Video-Welt, aus dem Color Grading und das funktioniert nicht nur in Final Cut super, das funktioniert in Capture One super, das funktioniert in Lightroom super. Also ich bin auch kein Freund des Loop Decks mehr, muss ich zugeben. Und die Integration in Capture One ist bei dem Monogram hier auch wesentlich besser tatsächlich. Ich habe mal so einen Test mit MIDI-Controllern gemacht. Die haben ja auch sehr viele Regler, die man irgendwie drehen kann. Das ist auch so ein bisschen Hanebüchen und für den professionellen Einsatz bei mir war es mir nicht gut genug. Was ganz gut geht, ist der PlayStation-Controller tatsächlich, um eine Bildauswahl zu machen. Also ich habe mir das so zurechtgelegt, dass ich einen PlayStation-Controller in der Hand habe und dann durch die Bilder durchzappen kann und mit den Triggern kann ich die Sternebewertung machen zum Beispiel. So sitze ich dann manchmal vor meinem Rechner. Du kannst auch winken, Hand erheben. Genau, und so sitze ich dann manchmal davor und klicke mir meine Bilder durch. Also es gibt so eine Hardware-Anbindung, die vermutlich beste hat dieses, ach wie heißt das denn? In den Capture One-Voreinstellungen steht es drin. Sekunde. Tangent. Boah, finde ich das auch die schnelle Tangent-Controller. Kommt da sehr viel Loop-Deck. Hier, das sind diese Tangent-Controller zum Beispiel. Die funktionieren hervorragend, die kosten aber auch ein Vermögen. Also da kostet die Kiste hier, glaube ich, ein paar tausend Dollar. Das ist also nicht ganz billig tatsächlich. Aber die funktionieren auf jeden Fall mit Capture One auch sehr. Oder die haben eine native Unterstützung in Capture One drin. Loop-Deck leider nicht. Ich hätte noch eine Frage zur Bibliothek. Und zwar, ich importiere ja meine Bilder von der Festplatte und dann, wenn ich welche nicht brauche, dann gebe ich sie in den Papierkorb und lösche sie. Dann kommt immer diese Warnmeldung. Von der Festplatte werden die entfernt. In jedem Fall werden die also nicht von meinem Laufwerk, sondern von der Festplatten-Einstellung vom Katalog entfernt. Ist das so? Nee, wenn die Warnung kommt, dass sie von der Festplatte gelöscht werden, dann werden sie von der Festplatte gelöscht. Also auch von dem, wo ich es jetzt importiert habe, von dem Pfad, von dem Weg, also dort werden die dann auch automatisch gelöscht. Im Import-Dialog oder im Bibliotheksmodul? Also ich importiere die Bilder, ganz normal, und dann sind sie im Katalog. Und dann schiebe ich sie in den Papierkorb und wenn ich den aufräume, dann will ich den löschen und dann kommt die Warnmeldung, sie werden von der Festplatte gelöscht. Da kommt es darauf an, ob im Import die Daten irgendwo hinkopiert wurden oder von ihrem aktuellen Ort hinzugefügt wurden, oder von ihrem aktuellen Ort referenziert werden. Sieht man hier, hier werden sie praktisch kopiert oder eben von dem Ort hergezogen. Das ist ein Unterschied, wenn ich sie hier jetzt von der SD-Karte zum Beispiel, da werden sie immer reinkopiert, weil da ist Capture One schlau genug zu wissen, ich will sie nicht auf der SD-Karte lassen, das macht ja keinen Sinn. Also werden sie zum Beispiel auf meine Festplatte irgendwo kopiert. dann werden sie aber, wenn ich sie jetzt hier, keine Ahnung, ich lösche das Bild hier, ich sage jetzt hier mal, einfach mit Backspace löschen, gehe in mein Bibliotheksmodul, in meinen Papierkorb, rechte Maustaste, Papierkorb leeren und jetzt fragt er mich hier, soll ich es von der Festplatte löschen oder nur aus dem Katalog entfernen. Wenn ich jetzt sage, von der Festplatte löschen, wird das Bild auch von der Festplatte gelöscht. Aus Katalog entfernen, wird es nur aus dem Katalog entfernen, auf der Festplatte bleibt es an dem Ort. Wenn ich es vorher von einer anderen Festplatte her importiert habe und kopiert habe, wird der Originalort natürlich nicht angefasst. Wenn ich es nur referenziert habe, dann wird es auch am Originalort gelöscht. Das kann ich aber auch sehen, wo die Datei tatsächlich liegt. Wenn ich hier mit der rechten Maustaste draufklicke, gibt es hier im Finder oder bei Windows, da fuhre ich mich im Explorer anzeigen und dann sehe ich, wo auf meiner Festplatte die Datei tatsächlich liegt. Und dann weiß ich auch, was gelöscht wird. Wäre es dann zur Sicherheit eigentlich immer gut, dass man sagt, man hat so einen Datenübertragungsordner und davon nimmt man die dann, dass man dann nicht die von seiner Struktur, von der Festplatte heraus importiert. Das wäre auch dann wahrscheinlich sinnvoll. Es kommt darauf an, was man machen möchte. Also wenn ich habe jetzt zum Beispiel hier ja im Moment eine externe Festplatte dran, da liegen diese SD-Kartenordner hier. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel SD-Karte Stuttgart Street auswähle, die liegen jetzt auf einer Festplatte. Und hier beim Importieren Dialog kann ich jetzt zum Beispiel sagen, dem Katalog hinzufügen, dann steht hier auch drunter, ihre Dateien bleiben, wo sie sind. Und wenn ich auswähle, Capture One Daten oder einen Ordner auf meiner Festplatte irgendwie, nicht jetzt hier, der heißt Capture One Daten, ich habe den einfach so benannt, als Importordner festlegen, dann steht hier, ihre Dateien werden in angegebenen Ordner kopiert. Dann weiß ich, die alten werden nicht angefasst. Dann brauche ich also keinen Stagingordner nochmal dazwischen, sondern kann ich direkt über den Copyjob arbeiten. Jetzt wähle ich die Bilder hier aus und dann wird er mir jetzt die drei Bilder rüber kopieren. Wenn ich die dann lösche, sind sie in meinem neuen Ordner weg, nicht am Originalordner. Okay. Also muss aber hier, wie gesagt, der Hinweis kam, glaube ich, mit Capture 21 erst zu, weil das auch super verwirrend war, das Wording. Vor allem im Deutschen war das Wording hier super verwirrend, wo die Daten letzten Endes dann liegen. Ja, okay. Danke. Gerne. Ich habe mir heute das erste Mal Capture One auf meinen Rechner geladen. und mit den Importen und so, da habe ich gemerkt, dass er zwar das Verzeichnis anzeigt, aber er behauptet, dass keine Bilder drin sind. Gehst du da auf dieses Thema nochmal ein? Ja, Datenimport machen wir nochmal komplett separat. Ja, weil da habe ich jetzt auch auf die Schnelle nicht herausfinden können, warum das so ist. Ja, Capture One ist ein bisschen, braucht da immer ein bisschen extra. Also Capture One ist sehr frickelig an manchen Stellen, das muss ich schon sagen, aber man kann es eben auch sehr genau steuern. Ich kann hier, wenn ich den Import auswähle, wo ist meine Festplatte, Mobile, Capture One, wenn ich jetzt zum Beispiel den übergeordneten Ordner hier anwähle und sage, okay, Prüfung für Import, dann lädt er mir auch, weil der Haken hier drin ist, alles aus den Unterordnern. Wenn ich den Haken raus mache, sind da keine Bilder für ihn, weil es in Unterordnern drin sind. Okay. Das gleiche gilt aber auch nochmal hier in dem Bibliotheksmodul, weil da ist auch nicht immer klar, wo, also weil Unterordner für Capture One eigentlich nicht existent sind. Im Capture One 22 ist es so, dass jetzt aber hier, man sieht es, wenn ich Ordner anklick, werden auch die untergeordneten Ordner endlich angezeigt. Das war früher auch nicht so. Welcher 22 drin? Ja, okay, dann sieht man hier auf jeden Fall schon alle. Man kann es, glaube ich, auch hier oben, wie heißt die Option, hier Bilder im Unterordner ausblenden. Jetzt mein 2019 Ordner, oh Gott, der Ordner ist leer, ich habe keine Bilder mehr in meinem 2019 Ordner. Nee, die sind schon da. Ich muss nur um den einzelnen Ordner auswählen. Alles klar. Mit der Option kann ich das dann auch aktivieren und sehe ich auch die Zahlen, wie viele Bilder sind denn tatsächlich. Ja, da kann ich mich dann durchruseln, das finde ich dann schon. Genau. Aber ich wollte nur wissen, woran es liegt. Genau, ist eine Einstellung. Es war in 2021 noch anders, ist mittlerweile ein bisschen besser auf jeden Fall. Alles klar, danke. Gerne. Gut, die nächste Frage aus dem Chat. Wie gut arbeitet Capture One und X-Rite? Ah, die X-Rite, die, wie heißen sie, die Colorchecker. Ja. Das könnte besser sein. Also ich verwende auch die X-Rite Colorchecker, wer das nicht kennt, ich habe jetzt kein Bild davon da, das ist so Farbkarten im Prinzip, ich habe eine graue Seite und eine Seite mit ganz vielen Farben drauf, anhand der ich zum Beispiel meine Farblooks auch entwickle, damit ich einfach sehen kann, wie wirkt sich da die Farben aus. In Capture One gibt es eine super Funktion, wie ich, in Lightroom gibt es eine super Funktion, wie ich das einfach mit dem Plugin, das ist glaube ich, integrieren kann, da lege ich da so ein Raster drüber und bam, stimmen alle meine Farben in meinem Lightroom. Dafür wie gut Capture One mit Farben arbeitet, ist es erschreckend, wie schlecht die Unterstützung für das Ding ist. Also es gibt irgendwie einen fummeligen Weg, das tatsächlich hinzukriegen, dafür dann Profile anzulegen in diesen, hier, in diesen Basismerkmalen und die Profile dann wiederum hier auszuwählen. Das ist umständlich, anders kann man es nicht sagen. Es geht, aber es ist umständlich, sehr umständlich. Gut, dann haben wir die nächste Frage. Ja, was muss man im Prinzip einstellen, damit Capture One erstmal nichts an den Bildern ändert, wenn ich sie importiere? Eigentlich gar nicht. Weil normal tut er ja gleich immer Schärfen und Farben korrigieren und so weiter. Hat vielleicht gewisse Objektivprofile drin und so weiter. Genau, also ja, solche Sachen gehen standardmäßig mit. Wenn ich mir diese Option anklick, dann wird genau das nämlich nicht gemacht, sondern müsste ich es manuell jedes Mal machen und man kann, wie war das, für bestimmte Optionen das auch einstellen, dass es bei einer bestimmten Kamera, das geht glaube ich nur bei dem Basismerkmal, also die Kurven und die ICC-Profile könnte ich pro Kamera auch festlegen und standardmäßig quasi, wo alles deaktiviert ist oder auf Standard steht und dann wird es für die Kamera hinterlegt und nicht mehr separat reingeladen. Aber die Schärfung, auch die, ich kann Standard speichern, wo gar keine Schärfung gemacht ist. Aber ich stelle eine Frage, ob das so viel Sinn macht, dann bei jedem einzelnen Bild wieder die gleichen Werte einzustellen. Aber es geht hier, also ich kann es nur sagen, ich drehe hier alles runter, also macht nur die Stärke Sinn, alles andere, irgendeinen Wert brauche ich, ob der jetzt 0 oder 1 ist, ist mal egal. Und dann kann ich sagen, Standard für Fujifilm GFX 50R speichern und dann wird es bei der Kamera oder als Standard zuweisen, wird es nie, wird das als Standard geladen quasi, ohne Schärfung. Also muss man im Prinzip bei jeder Funktion dann so auswählen. und dann wiederum beim Import zum Beispiel, also wenn ich Bilder importiere, kann ich ja diese Stile auch laden und auch Voreinstellungen. Also ich könnte zum Beispiel schon beim Import sagen, ich hätte gerne diesen leichten Faded Look, den wir uns angelegt haben oder wenn ich eine, jetzt habe ich es nicht hier drin, aber eine Schärfung, Nullschärfung hier hinterlegen, dann kann ich die beim Import schon anwählen, dass ich praktisch eine Nullschärfung durchführe. Also ich kann mein Stil mit Nullkorrekturen im Prinzip auswählen, den abspeichern und dann sage ich dann mit Nullkorrektur reinladen. Genau, weil wir importieren und schon laden. Ja. Gut. Kann man mittels Capture auch Ordner auf der Festplatte löschen, ähnlich wie bei Bridge? Das ist eine gute Frage, das habe ich noch nie versucht. Ah, Ordner löschen, ja, geht. Gut. Okay. Ja, jetzt kommt was Interessantes. Sebastian. Ich importiere meine Bilder von der SD-Karte in eine Sitzung. Wenn ich dann den Sitzungsordner auf eine andere Festplatte verschiebe, passiert ist, dass die Bearbeitung an den neuen Speicherort dann nicht mehr vorhanden ist. Was habe ich falsch gemacht? Eigentlich nichts. Eigentlich sollte das funktionieren. Ich muss aber die komplette, den kompletten Sitzungsordner kopieren, nicht nur die Raw-Dateien. Also, die Sitzungsordner bei Capture One bestehen im Prinzip aus der Sitzungsdatei, die bla 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 Punkt Co-Session und da habe ich vier Ordner. Capture, Selected, Trash und Selects. Und ich muss wirklich alles da drin an den neuen Ort kopieren, am besten den kompletten übergeordneten Ordner an den neuen Ort kopieren. Dann müsste es die eigentlich laden. Wenn das nicht passiert, dann ist irgendwas ganz grundsätzlich falsch. Dann ist da irgendwas nicht gespeichert oder man hat außerdem die falsche Session erwischt. Aber eigentlich werden die mitgezogen. Also, kann ich jetzt nicht genauso. Mir wäre keine Einstellung bekannt, die das verhindern sollte, weil genau dafür sind die Sessions eigentlich da. Ich habe festgestellt, dass Capture One TIF-Dateien nicht richtig bearbeiten kann. Zum Beispiel Rauschunterdrückung. Das ist eine gute Frage. Rauschunterdrückung. Es kann natürlich sein, dass Funktionen wie die Rauschunterdrückung nicht mit TIF-Dateien funktionieren, sondern, wobei es geht mit einer JPEG-Dateien eigentlich auch. Sollte eigentlich gehen. Darf ich mal rein? Ja, gerne. Von mir stammt die Frage. Die TIF-Dateien, die kommen praktisch aus dem Scanner, gescannte Dias. Und die habe ich dann in Capture ja verraten und so das ging. Aber zum Beispiel Rauschunterdrückung ging überhaupt nicht. Da musste ich echt ins Photoshop wechseln und dort konnte ich dann da konnte ich was machen. Aber hier konnte man den Retorn schieben, wie man wollte. Es tat sich überhaupt nichts. Und da habe ich jetzt dann das war fast schon die Frage, ist Capture überhaupt für TIF gemacht oder kann das eigentlich nur Kamera-Row? Capture-Row kann JPEG, TIF und RAW-Dateien mittlerweile auch HIG und HIF-Dateien eigentlich bearbeiten. Das ist dem ersten Mal egal. Es gibt die Option, TIF-Dateien komplett zu verbergen, aber das ist ja nicht das Problem, sondern die Bearbeitung wird nicht angezeigt. Wird eine Belichtungskorrektur, hat die funktioniert auf der TIF-Datei? Also hat das funktioniert. Nur die Rauschunterdrückung nicht? Okay. Aber wie gesagt, perfekt bearbeitet der echte Photoshop als mit TIF-Dateien. Ja, ich weiß nicht, eigentlich sollte es bei einer TIF-Datei genauso funktionieren. Ich kann ja mal eben kurz hier, wobei TIF-Datei ist auch nicht TIF-Datei, das muss man auch dazu sagen. TIF ist ja auch nur so ein wilder Container, wo irgendein Quatsch drin ist. Ich exportiere mir mal eben, Moment, ein Bild als TIF-Datei. Wo hat das hin? Capture One Outbox, ganz egal. Auch wenn wir mal gerade dabei sind mit verschiedenen Dateiformaten, gibt es Pure Raw, wo man gut entrauschen kann zum Beispiel. Die Dateien versteht er nicht mehr. Oder diese Verbesserungsfunktion im Raw-Converter von Photoshop, wo man die Pixel, die Größe des Bildes qualitiver doppeln kann. Diese Dateien versteht Capture hinterher nicht mehr. Genau, als Capture One eigentlich als Raw-Editor ja gedacht hat, früher auch wirklich nur mit Raw-Dateien gearbeitet, der kann so fremde, nenne ich es mal, Raw-Formate, das sind ja keine Raw-Formate mehr, eigentlich nicht lesen. Das sind auch, gerade das Adobe-Ding ist auch proprietär von Adobe. Also Adobe hat auch überhaupt kein Interesse daran, dass Capture One das einlesen könnte. Von daher geht es da natürlich nicht. Ich werfe jetzt mal hier kurz eine TIF-Datei rein, damit wir das mal kurz prüfen können. Moment, ich habe es gleich. TIF. Jetzt wäre es mir nicht schlau gewesen, dann hätte ich es jetzt importiert. Gleich gesehen. Synchronisieren, ein neues Bild. Super. Jetzt habe ich hier eine TIF. Achso, die Freigabe wurde beendet. Hier. Jetzt habe ich hier gerade eine TIF. Also das ist original Raw. Das ist mein exportiertes TIF. Jetzt schauen wir mal eben. Jetzt hätte ich die Frage, was endet. Also jetzt hätten wir es vielleicht auch ein bisschen rauschend machen sollen. Es tut sich was, aber nicht sehr viel. Also das kann natürlich sein, dass es jetzt durch Zoom gefressen wird, aber ich sehe, dass sich am Bild ein klein wenig was ändert, auf jeden Fall. Ich kann es mal hier jetzt alles hochdrehen und mit der Vorher-Nachher-Ansicht. Also bei mir war es einfach immer nur, dass das Programm zuckte, aber es machte nichts. Okay. Also ich habe eine Rauschreduzierung über dem TIF, aber das ist sehr, sehr am Surfer und sieht man es. Ja, am Surfer sieht man es, aber das ist gegenüber dem, was aus einem Raw natürlich möglich ist. Also wenn ich hier alle Regler hochreiße, dann sieht es komplett anders aus. Wo ist jetzt mein Surfer hinter? Ja, wobei, gut, jetzt ist ja noch eine Bearbeitung drüber. Nee, also er macht was auf dem TIF mit der Rauschreduzierung. Aber wie gesagt, TIF kommt darauf an, wo es herkommt. Und wenn das jetzt gerade von einem Scanner-Programm geschrieben wird, kann ich nicht sagen, was da alles drinsteckt, mit was Capture One vielleicht nicht umgehen kann. Also das, man muss einfach, TIF ist nicht gleich TIF. Genau, man muss auch eins sagen, das TIF ist ja mal so entwickelt worden, dass es der Computerbenutzer den Drucker gibt und der Drucker daran nichts mehr ändern kann. Das heißt, manche Programme sperren die TIFs auch so, dass manche Bearbeitungen danach gar nicht mehr möglich sind. Ich kann beim TIF zum Beispiel Farben einer gewissen Fahrpatrone hinterlegen, die der Drucker verwendet und der kann danach nichts mehr machen, der muss das eins zu eins so drucken, wie der das gibt, wie der das bekommt. Und dafür ist ja das TIF eigentlich auch entwickelt worden, dass der Fotograf oder der Bildbearbeiter das so vorgibt, dass er nichts mehr ändern darf, dem Drucker. Und da lassen sich natürlich so manche Sachen wie Rauschreduzierung und so weiter je nach Programm sperren. Gut, jetzt haben wir die nächste Frage von der Sylvia. Das habe ich mich nämlich auch schon mal gefragt, das ist interessant. Was passiert, wenn ich C21 nicht upgrade, sondern die Vollversion von C22 parallel installiere? Wird dann der Katalog, der vorhandene von C21 noch erkannt? Nee, sobald ich ihn upgrade, nicht mehr. Also beim ersten Öffnen in Capture 1 22 wird ein Upgrade durchgeführt und ich glaube 21 kann ihn dann nicht mehr öffnen. Genau, weil Sie wollen es ja parallel installieren, beide Systeme. Nicht Upgrade? Genau, parallel installieren, kein Problem, aber wenn ein Katalog oder eine Session im Neueren geöffnet wird, kann ich es im Alten nicht mehr öffnen. Also ich kann nicht parallel mit 21 und 22 an einer Session oder einem Katalog arbeiten. Das ist auch der vierte Fuß, wenn du diese 30-Dollar-Res-Version machst und hast deinen alten Katalog damit geöffnet, dann hast du ein Problem. Das ist ein großes Argument, um es zu verkaufen, wenn alle Kataloge upgrade sind. Ja, stimmt. Aber man muss dann jetzt keine großen Umzugsszenarien einleiten, also wenn ich 22 als Vollversion halt draufbringe, dann erkennt er automatisch halt meinen alten Katalog, oder? Es gibt ja diesen Standard-Katalog vom, also 22 liest einfach aus, welche Datei hat 21 zuletzt geöffnet und wird die dann auch versuchen zu öffnen beim Start, beim ersten. Also er erkennt ansonsten einfach Doppelklick auf den Katalog, dann geht es mit Capture One 22 los. Das geht, das ist kein Problem. Okay. Also meine Erfahrung ist ja, fragt, ob er den Katalog aktualisieren darf. Genau. Wenn er dann ja gesagt hat, dann kannst du es mit der alten Version nicht mehr lesen. Genau, wenn das Upgrade einmal passiert ist, dann hängst du es ab. Genau. Okay, danke. Gerne. Jetzt haben wir das nochmal vom Stefan, der das ja vorhin hatte mit den SD-Karten und den Ordner verschieben. Also der hat den Ordner verschoben mit dem Windows Explorer. Die Session. Die Session. Und es kann natürlich sein, wenn in Windows angegeben wird, dass er versteckte Dateien nicht mit anzeigt und mit kopiert, dann sind sie weg. Das könnte sein. Katalogmerkmale. Ja, Windows, für Windows kann ich nicht sprechen. Also auf meinem Mac habe ich das Problem noch nie gehabt. Kann man eigentlich auch nicht vorstellen, was Windows da falsch machen soll. Eigentlich soll alle Dateien listen und die rüberkopieren. Genau, aber ich habe so eine Einstellung bei Windows mit den versteckten Dateien und die Katalogmerkmale ist eine versteckte Datei. Wenn die nicht mit angezeigt wird, wird sie auch nicht mit rüberkopiert. Das könnte sein, ja. Bei sind die Änderungen in diesen Code-Cost-Dateien drin. Ja, das kann passieren, klar, aber wobei es sind es versteckte, das soll eigentlich keine versteckten Dateien sein, oder? Natürlich. Echt? Okay. Ja. Also die, die standardmäßig bei Windows nicht mit angezeigt werden, solche Möglichkeiten. Also ich habe gerade mal eben kurz, Moment, ich wechsle mal den Finder rüber. Aber kann man die auch im Capture One verschieben? Nee, Sessions sind ja an sich schon reine Ordnerstruktur. Also eigentlich sollte die Dateiverwaltung der Dateimanager das Verschieben übernehmen, Moment. So sieht so eine Session aus, da kommen wir eigentlich beim nächsten Mal dazu. Aber in so einem Session-Ordner liegen im Prinzip, jetzt hier JPEG-Dateien können aber genauso RAW-Dateien sein, liegen da drin und in einem Unterordner, der heißt Capture One, Settings One for One, da liegen dann diese gleicher Datei nach Punkt Kos und in dieser Kos-Datei liegen die eigentlichen Einstellungen drin, die quasi über die RAW-Datei drüber gelegt werden. Und also hier sind es keine versteckten Dateien, da müssten die eigentlich mitkommen. Aber wenn der Ordner fehlt, dann fehlen der Session auch die Einstellungen, die man getroffen hat. Also mal schauen, ob dieser Capture One-Ordner im Capture-Ordner mitkommt. Wenn der fehlt, dann ist klar, warum es passiert ist, aber der sollte eigentlich mitkommen. Aber auf dem Mac ist das keine versteckte Datei auch. Ja, ja, aber der hat ja sag ich mal seinen Ordner angelegt, vielleicht teilt er sich mal dazu, hat, was weiß ich, Hawaii 2020 draufgeschrieben und hat einfach den Ordner Hawaii 2020 auf eine externe Festplatte geschoben. Dann müssten die eigentlich mitkommen, also verstehe ich nicht, wie das zu dem Problem kommt. Jetzt schreibt er gerade, Capture One-Ordner hat gefehlt. Ah ja, genau. Also nicht nur nachschauen im Windows und die versteckten Dateien mit anzeigen. Genau, das kann natürlich sein. Obendrüber ist noch die Frage, ob die Nick-Collection sich integrieren lässt ins Capture. Nicht, dass ich wüsste. Verwende ich aber auch schon seit Jahren nicht mehr. Was nutzt du generell für sinnvolle Plugins? Ich habe eigentlich nur, also ich habe zwei Plugins, also hier jetzt gerade nicht installiert, aber auf meiner Arbeitsmaschine sind zwei drauf. Helicon Focus, das nutze ich fürs Focus Stacking, also wenn ich hin und wieder mal irgendwas fotografiere, wo ich ein Focus Stacking brauche, übertrage ich das an Helicon Focus, markiere dann meine Nummer X an Bildern, der schiebt das Richtung Helicon Focus, da mache ich dann meinen Stack und dann bekomme ich eine DNG-Datei wieder in meinen Capture 1 zurückgeschoben. Das funktioniert auch erst rein, das funktioniert echt gut und das Zweite, was ich noch habe, das funktioniert semi gut, ist JPEG Mini. Das komprimiert mir meine JPEG-Dateien am Ende, wenn ich sie zum Beispiel Richtung Web exportiere. Das kann ich in den Export-Dialog mit integrieren, das automatisch am Ende auch noch JPEG Mini drüber laufen soll. Das Problem ist ein bisschen, dass der das dann pro Bild macht und der Export dann einfach eine Ewigkeit braucht. Also Funktion, ja, dauert aber ewig. Ich mache es dann mittlerweile auch oder so, ich exportiere es und werfe es dann alles einmal, gesammelte Werke in JPEG Mini rein. Gut. Ja, aber ich muss sagen, ich habe heute wieder einen ganzen Haufen gelernt. Das ist doch schön. gerade der Anfangsbereich, muss ich sagen, so die erste halbe Stunde, da habe ich wirklich viel, viel gelernt, wo ich fast immer dran verzweifelt bin. Was jetzt eigentlich total einfach geht. Und auch an so Geschichten wie mit den Kurzbefehlen hat man sich gar nicht dran getraut. Ja, genau. Es gibt so viele Sachen, die man schon irgendwie weiß, dass sie da sind, aber nicht aktiv nutzt und dann hilft sowas. Das kann man auch mal nicht dazu nehmen. Ja, Capture One ist halt so, man bezeichnet es immer als mächtiges Werkzeug. Das heißt, es kann zwar alles, aber ich habe keine Ahnung wie. Und es gibt halt oft Funktionen, die liegen da, aber man traut sich entweder nicht dran zu drehen oder man weiß eigentlich gar nicht, was sie tun. Also eins der Paradebeispiele ist diese Normalisierungskiste hier. Normalisierung. Wie normal? Werden Bilder normal? Also das ist so eine Funktion, und die muss man einmal erklären, damit man sie wirklich versteht, weil sonst kommt man da nicht dahinter, was da tatsächlich passiert. Ja. Ja, da freuen wir uns ja, was man mal beim nächsten Mal noch machen kann. Ja. Jetzt kommt nochmal, zeig bitte nochmal der Schnellbearbeitungsmenü. Die Tastaturkommandos. Diese Schnellbearbeitungstasten, das sind die. Genau. Ja, du warst schon wieder so schnell, du hast das offen, bevor wir das überhaupt gesehen haben. Ach so, also bearbeiten, Tastenkombinationen bearbeiten, und dann kann ich oben umschalten, zwischen den Standard-Tastenkombinationen, wo prinzipiell nicht alle befehlen, oder die Schnellbearbeitungstasten, wollen diese zum gedrückt halten und ändern. Aber ich kann jetzt zum Beispiel aus Belichtung, könnte ich auch ein B machen. Genau. Also wenn einem das liegt, kann man auch ein B machen. Aber wenn man es sich mal anguckt, das ist wirklich der linke Block der Tastatur, dass die Hand quasi an einer Stelle bleiben kann und ich wie beim Zehnfingersystem quasi mit den Fingern da zwischen Tasten hin und her gehen kann, um die einzelnen Funktionen zuzugreifen. Also ich finde das ganz sinnvoll. Aber wie gesagt, also die Vignettierung habe ich mir zum Beispiel noch auf eine Taste gelegt unten, um die zu ändern. Das ist nicht auf eine Tastatur beschränkt. Du kannst auf jeden Controller legen, auf jedes Hilfswerkzeug, was du verwendest. Genau. Genau. Robert, jetzt muss ich nochmal ganz kurz auf meine Ursprungsfrage zurückkommen. Wenn du jetzt solche Sachen machst, wie die Einstellung zum Beispiel dieser Tastenbelegung, und du machst das auf Version 21, wird das auch in 22 dann durch die Vollversion übernommen und erkannt? Boah, da verbrenne ich mir auch jedes Mal die Finger dran. Ja, aber. Wenn ich was speichere, wird das gemacht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich speichere mir neue Tastaturkommandos ab. Also ich gehe Tastaturkommandos bearbeiten und sage, ich hätte gern hier, keine Ahnung, Metadaten laden auf irgendeiner Tastenkombination. Dann wird es automatisch in diesem Keyboard-Set abgespeichert. Also ich kann hier mehrere Tastenbelegungen mehr speichern. Wenn ich jetzt aber hergehe und zum Beispiel sage, ich hätte gern hier ein schwebendes Werkzeug mit Dehaze. Das soll hier oben in der Mitte kleben. Wenn ich jetzt Capture One 22 installiere, ist es nicht da. Warum? Weil das müsste ich erst als Arbeitsumgebung speichern. Das wird nicht automatisch als Arbeitsumgebung gespeichert. Das passiert mir ein und jedes Mal, wenn ich mein Capture One upgrade, dass ich das vorher vergesse, meine Arbeitsumgebung nochmal zu speichern. Deswegen verbrenne ich mir da auch jedes Mal die Finger dran. Also mir passiert das immer mit der Beta natürlich. Sobald eine neue Beta rauskommt, rufe ich die auf und habe garantiert vorher meine Arbeitsumgebung wieder nicht gespeichert. Okay. Ja, deswegen, also man hat es vielleicht gerade eben schon gesehen, diese Arbeitsumgebung, ich kann mir jetzt, das, was ich mir jetzt eingestellt habe mit der Symbolleiste, wo meine Werkzeuge sind, kann ich mir als Arbeitsumgebung abspeichern. Und hier gibt es zum Beispiel, jetzt sieht man schon zwei Stück, die ich immer mit dem Datum versehe, dass ich einfach weiß, aha, wann habe ich die zum letzten Mal gespeichert. Super, so sieht die alles aus. Ich kann aber hier zum Beispiel auch, es gibt eine Arbeitsumgebung Migration, wenn ich die mal lade, hoppla, die sieht aus einem anderen Programm ganz ähnlich, ja, die sieht aus wie Lightroom. Da sind die Tools auf einmal rechts, ich habe hier alle Werkzeuge drin, ich habe viel weniger Register und es sieht eher aus wie ein Lightroom mit Filmstreifen, auch unten mit den Bildern zum Beispiel. Also die kann ich mir hier hinterlegen und ich gucke eigentlich, dass ich mir alle paar Wochen mal meine Arbeitsumgebung wieder speichere, weil die passt sich immer ganz leicht irgendwie links und rechts ein bisschen an. Kommt mal ein Werkzeug dazu, kommt mal eins weg und das kann ich in diesen Arbeitsumgebungen hinterlegen und auch jederzeit wird einfach... Die ist sozusagen immer im laufenden Betrieb, sodass man die immer daran denken müsste, die halt so aktualisieren und mitzunehmen im Grunde, ne? Genau. Okay, danke. Gerne. Zu den Speichern der Arbeitsumgebung, das war ja früher so, dass man das mit einem Namen speichern konnte. Und ich glaube auf der Version 22 kann man nur mehr sagen, Arbeitsumgebung speichern und keinen Namen mehr vergeben, oder? Nö. Das Erste, was er fragt, ist der Name. Okay. Dann muss ich das noch einmal probieren. Ja. Also ich glaube ohne Namen, nee, ohne Namen lässt sich's gar nicht speichern. Okay. Danke. Gerne. Ich habe auch noch eine Frage. Wenn ich eine komplette Ordnerstruktur in den Katalog einlesen will, die schon auf der Festplatte ist, das ist mir nicht gelungen, einen übergeordneten Ordner anzuklicken und dann holt er alles rein samt Unterordner. Sondern ich muss bis in den Urschleim abtauchen und dann Ordner für Ordner die Dateien einlesen. Da gibt es so einen schönen Klick Unterordner mit einbeziehen. Genau. Genau. Also im Import-Dialog ist es der Haken hier. Dann sehe ich auch einen Unterordner mit rein. Ach so. Dann sieht er auch die Unterordner. Wenn ich Ordner reinziehe, dann macht das ja automatisiert und dann macht das ohne Unterordner. Nennt er nur den Ordner tatsächlich. Aber ich glaube, ich würde es immer über den Import-Dialog machen, weil sonst weiß ich nie so hundertprozentig, was er eigentlich treibt. Ach so. Und ich hatte nämlich Ordner hinzufügen. Dann habe ich den übergeordneten genommen. Den hat er natürlich hinzugefügt. Aber wenn du den synchronisierst, dann kennt er die Unterordner alle nicht. Genau. Er kennt nur den Ordner, weil der Ordner hinzugefügt worden ist. Also der Trick ist, importieren mit Unterordner. Genau. Importier. Also man kann im Bibliotheksmodul, ich zeige es mal eben, hier unten gibt es ja neben dieser Datenbankansicht auch diese Ordneransicht. und hier kann ich, hier, ja, kann ich Ordner auswählen und hinzufügen. Dann wählt aber nur diesen Ordner aus, nicht die Unterordner. Oh ja. Ich könnte dann theoretisch mit rechter Maustaste, oh, wie war denn das, glaube ich, die Ordner-Hierarchie irgendwie auch laden lassen. Da gab es irgendwas. Ich würde es immer über den Import-Dialog machen. Das ist wirklich der sicherste Weg, weil dann weiß ich wirklich, was passiert. Ja, okay, dann geschehen. Gut. Ja, ordentlich. Viel. Viel. Das ist Kapitel eins. Ja, das ist ja schön, dass wir da vier Kapitel jetzt gelegt haben. Und auch wenn noch Fragen einfallen, dann kann man die alle in einem Monat noch behandeln. Genau, so ist es. Wir haben ja immer schon einen Abstand dazwischen im Monat, damit man erst mal das anwenden kann, was man in dem ersten Monat gelernt hat. Genau. Ja. Ich finde, es hilft auch immer unheimlich, wenn man sich es im Nachhinein noch mal anschaut, um das zu vertiefen. Also guckt ruhig in ein, zwei Tagen auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Fühlt es euch noch mal zu Gemüte. Genau. Bei der Lightroom-Anwendung, die erstellen ja auch Ordner. Und ich fand das immer ziemlich nervig, weil ich habe meine ganzen Bilder abgelegt auf meinem Laufwerk, meinen externen QNAP. Und wenn ich jetzt hier arbeite, wie kann ich denn mein QNAP weiter benutzen, ohne dass ich mir hier wieder alles neu aufbauen muss? Im Prinzip auch den Import-Dialog, den Master-Ordner, sage ich mal, auf der QNAP, also es wird ja QNAP slash Fotos oder sowas geben oder Bildsammlung, was auch immer, den auswählen, unterordnen mit einbeziehen und hier dem Katalog hinzufügen sagen. Dann bleiben die Daten, wo sie sind. Die Ordnerstruktur wird überhaupt nicht angefasst und Capture One referenziert die Bilder nur rein in den Katalog. Aber ich habe dann halt, also ich habe nur die nackten Bilder, also keine Anpassung oder ähnliches von Lightroom, weil die kennen Lightroom ja auch nur in seiner Datenbank tatsächlich. Ja, ja, Lightroom interessiert mich eh nicht mehr, das habe ich abgeschlossen. Okay, dann, genau, aber es gibt auch die Funktion über Datei, Katalog importieren, Lightroom-Kataloge, da könnt ihr es auch reinziehen. Dann würden auch so Sachen, zumindest wie die Bewertung zum Beispiel mitkommen. Das ist ja manchmal ganz wichtig, weil es ist zwar cool, wenn ich, also, dass die Einstellungen weg sind, okay, müsste ich die Bilder nochmal neu angehen, aber wenn ich zumindest die Bewertung hätte, wäre es ja hilfreich. Ja. Das geht über den Importer, über den Katalog-Import. Aber da gehen wir ja nächstes Mal nochmal durch das Thema. Genau. Genau. Ja, danke. So, ich schreibe auch mal in den Chat rein, aber ich glaube, da war schon alles beantwortet, wenn ich es richtig gesehen habe. Ich glaube, ja. Ich glaube, wir sind auch durch, ja. Super. Alles durch, ja. Genau. Also, dann, kommen wir zum Feierabendbier langsam. Genau. Vielen, vielen Dank dir, Thomas. Vielen Dank. Gerne, gerne. Danke, dass ihr auch da wart. Dankeschön. Na, super. Bis nächstes Mal. Ganz toll erklärt. Bye, bye. Dankeschön. Danke, war klasse. Super, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao. Guten Abend. Tschüss. Tschüss. Bye, bye. Danke. Gut gemacht. Danke. Ich war der Raum, musst du stellen. Nee, passt. Sollte ich noch was. Ich war der Raum, ist das E-Shot raus. Ja, das ist auch. Ich weiß noch so. Haben wir könnten? Haben wir könnten? Nein, da ist alles G Bear. Alles Gäuzeitel. D dumpff... Bis zum nächsten Mal.